Wir konnten gerade eben im Opening, wenn man das irgendwie noch sehen konnte oder auch nicht recht schnell, erkennen, dass wir kein Entrance haben und auch kein Invertage. Das sind schon mal zwei wichtige Hinweise, ansonsten sehen wir gerade noch keine Start-Items. Alles weitere wird dann im Spiel rausgefunden, was man machen muss, was man nicht tun muss, was man finden kann und was man nicht finden kann, das gibt es dann im Laufe des Seeds. Ich bin mal noch so frei und schmeiße nebenbei noch den Chat an, falls irgendjemand real beteiligt ist und ein bisschen mitschatten möchte, sind wir mal nicht abgeneigt heute. Können wir da auch mal mit rein. So, das Waste dürfte jede Sekunde starten. Weider war da gerade eben schon erfolgreich losgelaufen. Jupp, vor ein paar Sekunden. In der Umfrage, die man über Challenge ausfüllen kann, wen man da so vorne sieht oder nicht, ist es ziemlich ausgeglichen zwischen den beiden. Also das könnte ein spannendes Ding sein. Dragon Strike vielleicht so ein bisschen der erfahrenere, den man schon öfter mal gesehen hatte über die letzten Jahre, aber in den verschiedenen Modi eventuell auch seine Schwächen zeigen könnte. Und bei Saber, ja, wenn man da ein bisschen als Around-Spieler ein bisschen flexibler ist, hat man da auf jeden Fall Chancen gegen. So, kein Standard-Seat, direkt unterschiedliche Spawns, einmal Linkshaus, einmal in der Kathedrale, Geld bzw. Herzen. Wir sehen aber oben Silversen ausgerüstet, das heißt also, wir haben hier einen Silvers-Start, 10%. Sobald wir also den Bogen haben, lassen sich in der Regel auch die Silvers nutzen, sofern die Item-Funktionalität mitspielt. Und liebe Grüße auch an Talegi mitkommentiert. Ja, ich war doch eben schon da, oder nicht? Ja, ja, du hast dich nochmal ganz kurz abgemeldet, deshalb, also ich wollte dir trotzdem nochmal ein nettes Hallo sagen. Hi. Ja, ich hoffe, ich kann sie doch bis zum Ende mitkommentieren, denn um 8 muss ich leider weg. Ja, wir sehen doch ein Schwert beim Onkel gerade. Das könnte ein Indiz eventuell für Vanilla-Schwerter sein. Das will auf jeden Fall selber im Hinterkopf halten. Und auf jeden Fall schon mal ein Kompass, also irgendeine Form von Dungeon-Item-Shuffle. Ah, ich glaube, da hätte sich Dragon lieber Bomben von der Buschkrabe gewünscht. Ja, und auch da hat Dragon gerade mit der Karte gesehen. Die Dungeon-Items sind ein wenig geschuffelt, inwiefern werden wir noch sehen. Saver mit dem Startschwert jetzt erstmal dann auch direkt die Front von Escape. Ja, also dann mal bei den Schmieden vorbeizugucken, wenn einem auf dem Weg nicht schon das Maß das Wort begegnet ist. Das wäre dann vielleicht sinnvoll. Ja, Silvers bei der Item, ähm, bei dem Item Pool, den es immer noch gibt, da könnten sie nicht existieren. Wir hätten sie schon, dann würden sie funktionieren. Aber es kann auch sein, dass die Silvers über die Funktionalität her geblockt sind. Das heißt, man kann die Silvers zwar dann sozusagen auch haben, aber man kann sie nicht ausrüsten. Oder erst beim Ganon-Kampf, das hätten wir auch schon mal gesehen. Ja, genau, mit den Schwertern ist eine Sache, ist eine ziemlich nette Info von Saver, weil die Silvers-Chain kann man mal ganz gerne liegen lassen, weil sie so hier, ja, ein wenig zeitintensiv ist. Und wenn Dragon Strike niemals zum Onkel geht in nächster Zeit, dann läuft der auch lange ohne Schwert durch die Gegend. Also, es ist gar nicht mal so dumm, das mal zu checken. Was dann aber auch heißt, also wenn wir tatsächlich auf den Schmieden ein Schwerter finden, ich meine, wenn es da nicht Vanilla Swords ist, wäre es wirklich ein sehr, sehr großer Zufall. Da wissen wir zumindest, was auf dem Paddestill ist und dass das Pad auch ziemlich tot ist, weil dieses Schwert, das holt sich in der Regel eigentlich niemand. Was wir uns aber in der Regel holen, sind die Handschuhe hier gerade in der Library. Da muss dann Dragon später nochmal kurz wieder zurückkommen. Ah, könnten das Early Boots sein oder sind das unsere mit? Beides möglich, hat man auf jeden Fall weiter im Hinterkopf. Ah, blöd, dass die Grimgard da so weit mitgekommen ist. Da muss er ein bisschen tanzen. Ist doch generell ein bisschen unlüpig im Raum gelaufen, und das hat sich da richtig gut gestellt. Jetzt mit den Töpfen, Alternative. Das ist, ah, die Karte für Port. Wir haben gerade schon den Small Key gesehen, da hat man den Big Key, da gab es auch schon den Text, also es scheint wohl ein kompletter Key Sanity zu sein. Das Millenheim, anscheinend nach, sieht es darauf aus. Und Dragon Strike farmt jetzt hier schon ein bisschen die Bomben noch mit hoch. Promusiert ganz gut, dauert aber relativ lange tatsächlich. Also, selber mit dem ganzen Geld, wenn er gleich nach Kakariko läuft, kann sich da problemlos die Bomben holen, noch kaufen. Das ist alles geschuldet von so einem kleinen Anfangsschwert im Endeffekt. Mehr Checks offen, Kakariko ein bisschen verzögert, unglücklich Kakarikoros Layout für Dragon Strike. Okay, da schon mal Blume, das heißt, also, wir haben zumindest Hard Item Pool. Nee, Item Pool tatsächlich gibt es gar keine Mails, wenn es Hard oder Expert ist. Also, Item Pool ist halt normal. Also, Item Pool ist ziemlich böse, wenn man gar keine Mails hat. Also, sowohl in Hard als in Expert gibt es gar keine Mails. Und das macht, wie gesagt, dann doch in Hard schon ziemlich schwierig, tatsächlich. Was war denn der jetzt auf Lumberjack? Das hatte ich gerade leider verpasst. Ich habe auf jeden Fall ein paar frustrierte Slashes gesehen. Es könnten nur die Slashes gewesen sein, um sich immer an die Kante hochzustellen, um da nicht die Treppe zu benutzen. Ah, sie schien ein bisschen verzweifelt. Aber wenn da nur ein Kompass war, dann waren das Ausrichtungsslashes. Also, auf jeden Fall, unser Item Pool scheint normal. Wir haben ein Kissenity, das können wir in den wunderbaren Keys schon sehen. Genau, genau. Auch im Inventar unten die Anzeige mit den Small Keys und den Big Keys, die lässt schon darauf schließen, dass wir da ein Kissenity haben. Also, wo Dwayne Spike vorhin dann einen Mapcheck gemacht hat, hätte man auch rein theoretisch gesehen, ganz kurz das Menü aufmachen können. Und hätte dann da auch schon über die Keys gesehen, was wir für einen Modus haben. Ich merke, man kann sehr schnell gehen, wenn man jetzt ein 3-3- oder 3-0-Fahr-Scannen-Gedöns hat, dann kann das ja schnell gehen. Kann aber auch in all Dungeons... Gehe erst mal GT werden. Du hast es vorhin angesprochen, die Handschuhe, wir haben auch schon ein paar Handschuhe gefunden. Na, dann sind es auf der Bibliothek wohl die Mids und die Boots können relativ weit hinten sein. Ja, oder der Dark-Wild-Axis. Also, es ist abzuwarten, ob wir nicht über die Mids in die Dark-Wild kommen, ob wir jetzt Boots oder Hammer finden. Aber du hast es gerade angesprochen, in diesem Ziel ist vieles möglich. Also, ein paar Dungeon, die sich gut Out of Logic auch abschließen lassen. Tower of Hera mit dem Hookshot, auch ohne den fehlenden Bicky und der Bogen. Mhm. Auch ein nettes Item. Ich mag den Bogen. Ja, Eastern Palace, ein Bicky nur entfernt, Palace of Darkness, im schnellsten Fall ein Bicky und ein Smolky tatsächlich nur. Und ein Hammer. Ja, genau, genau. Aber wenn man jetzt hier ein bisschen Glück hat, eventuell später mit dem Ziel und dem Goal, dann kann es schnell gehen. Aber, wie du sagst, ein Old Dungeon und wir spielen doch ein Stückchen länger. Ich habe mal bei Drangle noch nicht erwarten können, ob er die Silvers ausrüsten konnte. Das wäre jetzt eigentlich nicht so zu wissen, zu sehen oder zu hören. Ob er es probiert hatte. Äh, ich glaube nicht. Es kann sein, dass er gerade im Menü über den Pfeilen war, dass er versucht hat, dann auf die Silvers zu wechseln. Und dass es dann eben das Geräusch kam, dass es nicht möglich sei. Und dann wissen wir genau, dass wir hier auch in der Funktionalität ein bisschen eingeschränkter sind. Und da gibt es sogar schon die Red Mail. Und warum kriege ich dann immer Doppel-Expert-Expert? Da werde ich ja glatt neidisch auf Mail-Upgrades. Ja, aber das macht es eben Mystery aus. Mystery ist wirklich diese Anpassung. Man muss in allen Bereichen irgendwie gut spielen können. Man muss auch in den schnelleren Seeds auch das gute und glückliche Näschen haben. Und man muss in den schweren Seeds auch irgendwie schnellstärkig her durchkommen. Und das macht Mystery eben verdammt schwierig zu meistern, denn man einfach in allen Aspekten des Spiels irgendwie punkten muss. Uh, ist auch ein relativ wichtiger Big Key. Ja, also wie vorhin angesprochen, das mit Pillars of Darkness ist natürlich nur im Best-Case-Fall. Also in der Regel, der Boss ist immer nach allen sechs Smallkeys erst gelockt in der Logik. Und es kommt halt eben drauf an, was für das Ziel ist. Also wenn das Ziel wirklich ein kleinerer Crystal-Count wäre, kann man das ruhig mal riskieren. Ähm, was wir wissen, ist, dass unser Item-Pool normal ist. Wir haben einen Full-Kissanity. Ähm, es ist kein Swordless. Keine N-Marser-Variation. Komplette ist raus. Ähm, Entrance haben wir auch nicht. Verwertet. Also wir sind jetzt eigentlich nur auf der Frage, was die Item-Funktionalität macht. Aber Dwayne-Smack hat die Silvers gerade wieder ausgerüstet, also scheint das auch mehr oder weniger normalisch zu sein. Und, ähm, ja. Dann ist eigentlich nur die Frage, was brauchen wir als Ziel? Wie viel Dungeon? Wie viel Pendants? Wie viel Crystals? Die Schwerter können sehr wahrscheinlich Vanilla auf den vier Standardspots liegen. Genau, Vanilla Swords. Zumindest hat der Onkel eins und da ist schon die Wahrscheinlichkeit schon auf ein paar Prozenten nur im normalen Rando-Spiel, dass da ein Schwert auf dem Onkel wirklich tatsächlich liegt. Und, äh, das ist auf jeden Fall ein großes Indiz, dass man irgendwann die Smith-Chain allein nur mal schnell checkt, um dann da einen Haken dran zu machen. Und, äh, wenn es irgendwie dann stimmt, hat man schon das Master Sword. Die Bosse fallen viel angenehmer, viel einfacher. Äh, Pyromid Fairy würde sich anbieten, noch kurz zu gehen fürs Tempard. Also man kann dann so ein bisschen sein, sein Routine zu überlegen. Jetzt bin ich mal gespannt, wo die weitere Progression ist. Was haben wir noch auf den Agina? Und... Eastern Area. Eine Eastern Area noch. Und, äh, stimmt. Stimmt, Eastern Area natürlich. Ja, da ist mehr als genug. Ich denke mal, mit der Eastern Area wird man nicht falsch fahren. Bei Items, bei Sahaschrala in Island selber reden wir von fünf. Davon können wir jetzt aktuell drei erreichen. Vier, zwei, drei, drei. Ja, ich sag immer Early Pills, ne? Early Pills ist so eine Sache. Sechs sogar, ne? Meine Güte, ich vergesse mal, die Sanity sind sogar drei Items mehr. Ja, Early Pills abzugeben ist nie verkehrt. Können wir auf jeden Fall schnell machen. Besonders, ich bin ein Fan davon, den Early abzugeben oder früh abzugeben mit dem selben Quid. Könnte man da ganz gut in den Pills auch sozusagen sparen und dann eventuell noch Tick-Powdern. Und Saber läuft jetzt hier im Grunde direkt etwas anders. Geht nicht nach Iceward Cave, sondern erst nach Mini Moldorm, jetzt zum Damm und dann hinüber direkt nach Agina. Ist auch interessant. Also ich kenne das auch eher umgekehrt, aber Saber scheint das hier doch durchaus ein bisschen klassischer zu spielen noch mit dem Onkelstaat, aber vielleicht wollte er auch einfach nur wissen, okay, Vanilla Swords, ja, nein, vielleicht, eventuell. Ja, zu zehn Prozent und wenn dann der Onkel dann die Schwerte hat, dann hat man eine gute Info tatsächlich im Spiel. Ist auch für Saber der Bogen und auch er kann, wenn er möchte, die Silvers ausrüsten. Hatten wir im ersten Verlauf des Turniers, in den ersten acht Spielen schon öfter mal gesehen, dass man das eben vergessen hatte oder dass das eben eine Option ist. Also der Silver Start speziell bei uns, da hat er es auch gemacht. Haben sich die Wander also auch schon adaptiert. Es hat schon die Runde gemacht, worauf man achten muss, wenn man die Silvers am Anfang hat tatsächlich. Ich muss sagen, auf wie viel haben wir die Silvers auf Silver Start eingestellt? Auch nur wenige Prozent, ne? Zehn, zehn Prozent müsste es gewesen sein. Genau, wir wollten es mal sehen, dass es mal passiert, aber im Moment hat es jetzt, glaube ich, die dritte Zeit schon. Ja, aber dafür haben wir das schon relativ häufig. Also ich auch, also in dem Race gestern erst wieder zwischen mir und der Dirt X und ich meine, wir hätten das auch schon zweimal on-stream sogar. Das dürfte ja das dritte Mal, glaube ich, jetzt sein, ungefähr. Ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher, aber es ist halt so, zehn Prozent kannst du auch dreimal in Folge treffen und das passiert mal. Dragon Strike gibt den Pilz jetzt ab. Wir hatten gerade bei Saber gesehen auf der Desert Ledge Mark and Smolky und hier nochmal die Karte von Turtle Rock. Mag jetzt nicht ganz so spannend sein, aber wenn wir wirklich am Ende nur vier Crystals brauchen, dann sind die Infos von Sahaschrala, von einem Bombenverkäufer oder eben von den paar Karten, die man findet, dann doch eventuell was wert. Ja, für Schulzeck ist der natürlich das nächste Mal den absoluten Expert Expert Crosskeys Inverted. Den haben wir extra für dich aufgehoben, Schulze. Ich glaube, wir hatten bei Kermit Antwins gesehen. Ich glaube, bei Kermit war dieser Antwins, der ein bisschen komplexer war. Hochschuld jetzt auch sehr nett, tatsächlich. Damit jetzt wahrscheinlich das Mountainplay ein bisschen interessanter als die Eastern Area. Auch wenn es logisch noch nicht erreichbar wäre, da keine Lampe oder keine Flöte. Aber die Hoffnung ist natürlich jetzt irgendwie den Eastern Bicky zu finden und man kann sich dann eben das ganze Easternplay in einem Rutsch holen und solange man jetzt nicht die Flöte oder die Lampe gerade zwingend braucht, ist das auch nicht weiter tragisch. Und sei es nun die Boots oder irgendwas, was oben liegt, damit man die Darkhold kommt mit den Mids, ist das auch schon der Punkt. Ja, wobei jetzt eigentlich in der Eastern Area irgendwas sein muss, das wir gebrauchen können. Es kann halt auch nur die Lampe sein, aber wenn es zum Beispiel der Hammer ist, könnte man schon Hera machen. Ja, aber dann immer noch Out of Logic. Wenn es der Hammer ist, dann wird es eigentlich nur dafür gehen, wie wir dienen, damit wir in der Darkworld die Logis noch finden, um auf den Berg zu kommen. Es kommt uns auch an, was der Berg liefert und inwiefern sich Dragon das ein bisschen ausmalen kann, ob und was er verpasst haben könnte, aber nach Eastern wird er auf jeden Fall später gehen und allerspätestens mit dem Biki von Eastern selbst. Ja, aber ich denke auch Saber wird sich den Hookshot früher oder später eintauschen. Ja, Saber scheint jetzt erstmal zu Fake-Flippern, die Ice World Cup noch wahrscheinlich mitzunehmen und dann zu Fake-Flippern. Hat gerade das Geld geholt, damit er Sora bezahlen kann. Sora mit den Handschuhen auch in Logik. Währenddessen Dragos Rack sich jetzt erstmal um komplett Dead Mountain kümmert. Minus Tower-Fairer. Ah, nun Kompans zu Skalvuts. In der Regel gibt auf den Mountain immer irgendeine Kleinigkeit, die man nicht mehr hat. Es fühlt sich auch irgendwie an, einer von 20 Seeds, wo man es schaffen könnte, mal komplett Mountain zu skippen. Aber vor allem Key Sanity ist die Wahrscheinlichkeit noch geringer dafür. Ist der Mountain voller Karten. Ja, selbst dann mit dem Whale Flush kein Problem, weiß man Bescheid, wo die Crystals liegen. Also, wie gesagt, kein Schlimmeres. Ah, ein kleiner Schusse da oben. So, Saber auch den Desert Key abgeholt, die Schaufel noch bei Dragon wird er auch mitnehmen. Vielleicht wird er auch mal den Hint ankrabbeln. Genau, Hints können auch zu 25 Prozent tatsächlich aktiviert sein. Der hätte ich jetzt auch schon wieder persönlich ganz vergessen. Aber mal gucken, was Dragon jetzt macht. Oh, der denkt dran. Ah, okay. Das ist eindeutig. Wir haben Hints an. Es steht schon some cash in the chest. Das ist die Lunchbox. Ja, also wir haben immer so ein paar Hinweise. Ein Hinweis gibt auf jeden Fall die Futspreis. Wir haben Hinweise, die geben eben solchen Locationpreise, die man ungern macht, weil sie lange dauern. So zum Beispiel ist auch hier gerade die Purple Chest. Und zu wissen, dass da nur Geld drauf liegt, ist auf jeden Fall jetzt schon mal sofort weggetrackt. Und nee, danke, die Zeit spare ich mir. Und in Kisanity natürlich auch ein Hinweis zu the Bickey of Evil Spain. Also zum G-T-Bickey. Oh, stimmt. Den gab es auch noch in Kisanity only. So, Hobo, Guard by Saber. Keine wichtigen Sachen. Geht also jetzt weiterschwimmen. Waterfall Ferry. Zwei Checks. Keine wahrscheinlich sogar die Bottles. Ich weiß gar nicht, was wir da drin haben. Noch mal auffüllen. Anschließend dann noch mal Sora Area selbst. Der erste Medallion bei Dragon, Aether. Ja, so glücklich Quake. Jetzt kommt eigentlich die Höhle. Das ist im Endeffekt die Höhle Paradox Cave. Das, wo man hin möchte. Unten zwei, oben fünf Items. Das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Ah, den auch nicht. Ja, mit ihnen vielleicht. Oh, war jetzt trotzdem noch nicht so. Also, da habe ich mir vom Berg auch mehr erwartet. Bott, okay. Mit dem einen oder anderen Key noch in Ordnung. Saber hingegen mit dem Fake-Flip und jetzt mit Half-Magic. Aber da wir wissen, der Item-Tool ist normal, die Fizualität relativ normal. Nicht ganz so wichtig, aber nice to have tatsächlich. Haben wir Hookshot-Stunns, ne? Doch hat er mit dem Hookshot schon gestunnt, weil dann wäre die Funktionalität ja normal. Ja, aber Hookshot-Stunns geht nicht bei Expert, bei Hard schon. Der Bumerang-Stun, der geht bei Hard nicht. Der übliche Scam. Aber ich weiß gerade auch nicht genau, wie das mit den Silvers nämlich war. Ich glaube bei Expert gehen sie glaube ich nur bei Gen und bei Hard auch, Fragezeichen. Da bin ich mir gerade nicht ganz so sicher. Da wir die Silvers aber nutzen können, ist es eigentlich schon ein Indiz dafür, dass es eigentlich normal oder ich glaube Hard ist. Ich glaube bei Hard gehen sie doch auch nur bei Ganon. Kann nämlich auch schon gut sein, deshalb meine ich mich gerade. Also kann sein, dass es über die Silvers schon, äh, die Funktionalität auch normal ist. Bin mir gerade auch nicht 100% sicher. Ja, müsste eigentlich, also es müsste normal normal sein. Genau, Silvers bei Hard funktionieren, genau, also wir haben zweimal normal. Normal Funktionality und normal Item Pool. Ich muss eingestehen eben, oh, das ist eben genau der Hinweis, den Dwayne haben wollte. Der ist interessant. Äh, Dark Palace, oh, Pot ist tatsächlich Greenpanent Pot und wir haben in dieser Eastern Area die Flöte irgendwo liegen lassen. Ja, oder den Dark World Access und die Flöte liegt irgendwo in der Dark World. Also wir dürfen das nicht vergessen, aber auf jeden Fall ist das Eastern Area jetzt hier Dark World oder Flöte, auf jeden Fall die Flöte für den Berg erforderlich. Dragon checkt nur ganz kurz hier, was auf der Island liegt, war nichts Wichtiges. Wird also auch Richtung Eastern gehen. Weil wir alle anderen Checks schon bei selber gesehen haben, wissen wir, es kann nur Eastern Area sein. War die Flasche oder hatten wir Sigrid gesehen am Anfang des Spiels? Ich glaube schon, ne? Äh, nee, ich glaube, das haben wir das, ich glaube nicht, dass wir das Flaschen können. Ich weiß nicht, wie die Flasche da auch. Ich musste schon mal ganz kurz, äh, ich habe hier alles gesehen. Ich kommentiere meistens immer blind, das fällt mir das gar keinem auf. Ja, aber dieses Knowledge mit diesem hartem Item Pool oder harte Funktionalität, äh, an den Silvers habe ich noch nie drüber nachgedacht, es daran auch abhängig zu machen, daher die Info eben. Danke nochmal, dass da gerade der Chat nochmal bestätigt hat, dass es dann auch schon bei hart nicht gehen würde. Die waren wir auch entflogen. Sigrid ist jetzt nicht nur auf, okay, lag die Flasche dann wahrscheinlich irgendwo mit dem Mini-Molldurm. Äh, ja, Saber war der Erste, der sein Schwert vom Onkel abgeholt hat. Also, Harald Castle hat mittlerweile auch schon beide gemacht, also... Ja, Minus, ähm, Dark Horse meine ich tatsächlich, oder? Das haben beide nicht gemacht. Uh, da sind unsere Beschleunigungsstiefel. Ja, und damit, wie gesagt, der Dark World Axis auf der Library, auf der Bücherei, da finden wir nämlich gleich das zweite Behandschuhe und können damit schon in die Dark World gehen. Und Selva gerade auch mit dem Gedanken, soll er jetzt hier raus oder lieber nicht und, äh, erst mal weiterzugehen, was wahrscheinlich die sichere Alternative tatsächlich ist. Hier noch ein zweites Item. Äh, würde man, würde man viel liegen lassen tatsächlich. Aber Dragon Strike knapp hinten dran, hat dafür die Water Checks nicht, hat dafür Agina nicht. Oh, da haben wir es nämlich. Desert Small Key, damit Desert Big und Small Keys gut ausgestattet. Es schnüffelt schon ein bisschen. A bow ist im, oh, unsere Silvers im Misery Meier. Oh, unsere Silvers, die wir haben, in Misery Meier. Das ist ja so. Ja. Da würde ich sofort nach Misery Meier gehen wollen. Aber instant. Ja, die armen Silvers, sie werden dort niemals gefunden. ja, es kommt drauf an, Misery Meier natürlich jetzt auch mit einer, mit einer Item-Dichte, Dark Key Sanity. Im normalen Spiel nur zwei, jetzt sind es mehr als zwei. Ich bin kein Key Sanity-Spieler. Darf ich einen Tracker, der mir das immer anzeigt? Acht? Ja, wie so was. Das ist eine Menge mehr tatsächlich. Ja, nein, drei Keys, drei Keys, die du finden kannst. Plus zwei Alten. drei Keys, zwei Items. Ja. Siehst du, acht. Dragon findet den Hint auch super. Und für acht Items geht man doch ganz gerne nach Meier und wenn man eben dann da auf dem Weg Silvers findet, dann ist dem halt so tatsächlich. Ja, das ist der Map zu Desert. Gut, da haben wir gleich mit Desert alles, schön. Also, es ist der Kompass noch, aber... Fehlt nur noch der Zugang. Ja, aber jetzt bin ich gespannt, inwiefern man gleich mal dann auf die Knowledge spielt, auf das Wissen spielt. Geht man jetzt gleich direkt Dark World, versucht man möglichst schnell zur Pyramide durchzukommen. Auch wenn die nicht logisch sein dürfte aktuell, aber Pyramide bedeutet an der Stelle auch, ich weiß, was mein Ziel ist und ich weiß, worauf ich arbeiten muss und das ist auch sehr viel wert, tatsächlich. Noch mal Flaschen? Ja, also, ich finde, also, je eher man zur Pyramide kann, desto besser. Ja, aber auch wenn die Pyramide noch nicht in Logik ist und was lässt man dafür liegen, was nimmt man dafür mit? Ich meine, wahrscheinlich wäre es schlau, dass ich den Schmied mitzunehmen, wenn man auf seinen Master Sword gleich direkt kommt. Master Sword ist natürlich schon viel wert im Spiel. Weil es eventuell das letzte Schwert sein könnte, was wir uns abholen werden. Oh! Ist das eben Vanilla? Wuhu, das wäre nett. Schaufel nur für eine Karte, Dragon Strike gerade gefunden. Läuft jetzt nämlich die südliche Route nach, äh, zu seinem Witz. Hat aber noch kurz überlegt, soll ich, soll ich nicht? Ja, der Nachteil ist, man isoliert jetzt noch ein bisschen Bonkbox raus. Man könnte es vielleicht trotzdem noch vor der Dark World vielleicht noch mit reinruten, wenn man eh den Karte vor oben raus möchte. Aber beide werden jetzt sehr wahrscheinlich erstmal in die Dark World gehen. Dwayne könnte, wenn er motiviert ist, jetzt mit den Mitz vielleicht doch noch ganz kurz schon mal nach Fugshot Cave und Co. Wäre eine Option. Dann hätte er auch selten quitten können und danach die Route laufen können, die er, äh, die wir selber gesehen haben. Ein bisschen mehr Items, ein bisschen mehr verschiedene Möglichkeiten noch da noch auszuholen. Der hat doch noch mal irgendwo den Big oder Smolky für irgendwas Wichtiges. Ja, aber selber wird es auch, äh, bleibt seiner klassischen Linie treu und, äh, arbeitet sich von oben nach unten durch, gehe ich mal von aus. Ja, auf jeden Fall erstmal nach Skywoods auch in Key Sality einen der Orte, den man auf jeden Fall aufsuchen sollte. Wir haben ein Kackern-Key. Das ist ein bisschen unangenehm jetzt. Da wir keine Endwins haben, ist hier auch keiner zwingend im vorderen Bereich sich selbst, äh, am Locken. Geht daher jetzt erstmal in den mittleren Bereich. Möglicherweise schließt er sich vielleicht den Schlüssel und geht davon aus, irgendwann mal noch einen der anderen die Heizung finden. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist nicht gering, da auf dem Weg übereinzustolpern, tatsächlich. Ja, dann haben wir die nächste Wahrscheinlichkeit, dass es hier eventuell auch ein Pendant sein könnte. Also es gibt nicht eine Handvoll Möglichkeiten, die hier dem eben auch befürworten, den Key dort gleichzustehlen. So, ein Dragon geht eben auf den Mountain nochmal für die Checks. Hat dafür auch gerade noch Kingstomb reingerutet, tatsächlich. Das wäre vielleicht ein anderer Vorteil, dass er weise nehmen konnte. Ich bin natürlich nicht aufgepasst, was auf Kingstomb lag, da ich nichts Wichtiges sehe. Dann wird wahrscheinlich die Aussage nicht wichtig, richtig sein. Aber das hat Dragon sehr gut mit der Schaufel auch gemacht, den mal unten rumgegangen ist, über die Mütze nach oben. Der Herr war einigen. Dinge, auf die ich nicht aufpasse. Das war nur die Gleichzeit beim Spielen zu sehen. Aber ich hab gern nochmal den Light-Wild-Map-Check gesehen, um zu sehen, was Desert und Hera ist. Hera war ein Crystal, Desert konnte nur Matt-Quistal gewesen sein, aber möchte ich mich gerade nicht drauf festlegen. Jawoll! Gains Tower, Karte! Damit wir auch wissen, wo GT ist. Nice! Da ist der Eastern-Zinn-Wiki, naja, leider war Eastern aber nochmal bequiet, hineinzudippen, Double-Dip sozusagen, einmal ohne großen Schlüssel, einmal ohne großen Schlüssel. Und Ksenity hast du eh sehr viele Double-Dips gefühlt, in die Dungeons. Das ist Eater, genau, Eater. Eater für Turtle Rock. Mh, okay. Hast du bereits gewusst, dass Green Pendant auf den Pod? War das ein Crystal of Ice? Zu normaler? Da hieß jetzt, ob noch Crystal war. Wir haben nur im Pod gesehen, dass da irgendwas Markantes aufklingte. Ja, wir bekommen aber eine Menge Pod-Keys, zusammen mit U. Das ist aber, wie gesagt, das Pod-Roting auch als Green Pendant-Ziel könnte auch Paddestel sein. Also, die Option gibt's auch. Tatsächlich. Ja, und Schulter sagt's gerade, aber man vergisst es regelmäßig und ich hätt's auch vergessen, ich geb's zu. Dragon Strike hätte gerade noch GT checken können, ob wie viele Kristalle man dafür benötigt. Also, ob das ist egal, aber wie viele Kristalle man benutzt, um es zu öffnen. Ähm, ja. Das weiß Dragon jetzt leider nicht. Das wird ja auch nicht wissen, sofern ich aus irgendeinem Grund an zufälligerweise nochmal hoch möchte. Und, äh, der einzige Grund wäre eventuell für ein Turtle Rock-Player. Mhm. Das wär aber tatsächlich wichtig, weil wenn man GT schon mit einem Kristall öffnen kann, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr, sehr hoch, dass dort irgendwas ist, was man braucht. Ja, aber lass die Pyramide gleich 4 sagen und dann sagt GT nachher 7 und du rennst nach 4 direkt nach oben und sagst dann, ach du, das war jetzt auch ärgerlich. Also, man braucht halt eben diese Zweiler-Infos, wenn es geht. Ja, 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 klar, klar, das wird es wegen... Und dann im Umkehrschluss, wie du sagtest, in der GT ist ziemlich niedrig, dann möchte man möglichst auch niedrigen Gan haben, weil man sucht dann in der GT noch Items. Und da sind wir wieder voll in Logik mit der Lampe. Jetzt will ich suchen, wer die Flöte, um auf den Mountain zu kommen, wo Dragon bereits schon gewütet hatte. Die lag nämlich jetzt gerade hier in Thiefstown. Genau. Eigentlich für selber jetzt noch mehr ein Indiz gleich zu sagen, okay, jetzt eben die vier Kisten in TT, dann gleich nochmal die World Tour, den Schmied mitnehmen tatsächlich, ein bisschen eh nach Kakarikula nach zurück die Flöte aktivieren. Dann können wir den Schmied abgeben. Dann können wir das sehr wahrscheinliche Master Sword abholen, Vanilla Sword, und vorher kurz nochmal Richtung Pyramide auf, auch wenn das Fake-Planber ein bisschen gefährlich wäre. Aber was hat man zu verlieren? Nicht viel. Ah, und auf Redmail und, ha, ich würde in diese Dinger da reinlaufen, die machen immer einen Herzschaden. Mit Redmail. Ja, aber mit der Zeit hätte man schon fast zurücklaufen können, mal eben durch die Tür nach irgendwas runter droppen, durch den Haupteingang. What? Rang und Skabuzki? Achso, ne, den hat er natürlich geklaut. Genau. Ebenso wie Saber. Läuft ja gerade Saber nach und Saber wird nachher, nachdem er den Schmied aufgegeben hat, auch dann Dragon Strike nachlaufen auf dem Berg. Oder zuvor noch Eastern machen, aber selbst das wird mit der Flöte schneller, also wird er sowieso die Flöte holen und wer weiß, vielleicht auch mit dem Spiegel oder so, das macht wahrscheinlich mehr so ein Herz, mit der Oberflöte zu spielen. Boah, das wäre auf jeden Fall nicht dumm, was ich sonst so machen würde. Aber Dragon könnte jetzt natürlich schön Pod und Eastern kombinieren. Ja, aber mit fehlendem Spiegel ist eben noch die Sache, die Kombination mit der Flöte, die Wege sind immer in beiden Fällen irgendwie identisch. Im schlimmsten Fall hat man einen safen Clip noch mehr. Ja, wobei, wenn du zuerst Eastern machst und dann zu fünf Flöten... Ja, natürlich, aber Saber würde im aktuellen Stand aber auch kein Eastern machen wollen. Wir hätten da das Portal nicht. Das würde sich nicht groß anbieten. Ähm... Er nimmt auf jeden Fall sein... sein potenzielles Master Sword in Gestalt eines Frosches mit. Zwei Mal nicht geguckt, was da gerade auf der Letge lag, ne? Das ist unglaublich. Menschens Kinder! Ne, kommentieren wir auch schon mal besser. Ich bin gerade dabei zu wissen, dass ich Stumpy hatte und Co. Ich schaffe uns doch gerade heute beide, Rona, exakt irgendeinen Check zu machen, der mich interessiert und das zeitgleich, dass ich es nicht sehen kann. Also auf der Letge waren 20 Groupies, falls du die... Ja, was Rotes, okay. Ja, falls du die, äh... äh... Bumper-Ledge meintest. Da war nur Rupine. Das war die einzige Letge, die wir gerade gesehen hatten. Ich bin erstmal gespannt, was Hype Cave hat. Dann wird Saber gleich noch den Hinweis holen für die Red Crystals. Und dann bin ich gespannt, ob er sich dann traut, der Splash Edition Fake Flipper hier gleich mitzunehmen. Ah, gell... Da... Noch mehr Pot. Alle Pot Keys. Quake und Turtle Rock Key. Okay. Also es schnüffelt doch extrem nach Pot. Ja, und auch für Turtle Rock gibt's schon eine Menge kleiner Schlüssel, tatsächlich. Dem zu Mario, die wir schon haben. Ja, wobei... Wirklich weit kommen wir ohne den Biki halt auch nicht. Und ohne Fire Rod, also... Desert Palace und Thiefstown, okay. In Desert haben wir schon alles. Thiefstown wird nur noch den Biki fehlen. Turtle Rock als Pendant noch. Aber das wird dann schon ohne Biki reichen. Nur mal hinein. Die ersten Kisten sind schon eine Menge. Gut, die Fire Rod... Also im Moment ist es nicht interessant. Und Saber versucht sich zu Fake Flippern. Ist auf jeden Fall verständlich. Wäre nur eine nette Idee gewesen, es zu riskieren. Nimmt jetzt wahrscheinlich auch noch Kingstum mit, um dann anschließend den Schmied abzugeben. Und Wergen sagt sich, ne. Das Rauslaufen ist doch die bessere Alternative. Seh ich nicht ein. Ja, mit Red Mail ist das ein bisschen unangenehm. Auf Green Mail gibt es relativ schnell zwei Herzenschaden von diesen... Zasas? 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 Dingern. Dingern. Zasas? Zweifelsfalls immer alles mit Dinger. Pümpfe-Dinger. Krieche-Dinger. Bombenwerf-Dinger. Fliege-Dinger. Molldorm-Dinger. Gannending. Wie man Gannendinges. Haben wir unseren zweiten Frosch grad im Chat? Ja, die, 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 die Dragon-Fangruppe ist da. Aber wie gesagt, gegen Saber? Tatsächlich, äh... Kein Freilos, möchte man es mal nennen. Der Dragon mit dem Mountain-Vorteil läuft jetzt grad die Route ab, die wir bei Saber hatten. Versucht auch gerade hier den... Buddel-Ding umzubuddeln. Was nicht funktioniert. So, wir sehen jetzt bei Saber, was sich dann im Schmied verbirgt. Vorher müssen wir kurz feststellen, dass da ein Creep ist. Damit ist es confirmed. Saber equals Creep. Auch Dragon nimmt hier seinen Kermit mit. Ja, solange... Trotz dem ganzen Kiesen alles, was er hat. Solange Palace of Darkness nicht zu erreichen ist aktuell. Nicht ganz so interessant. Und wer hätt's erwartet, ein Schwert auf den Schmieden. Das sollte eigentlich zu einer sehr hohen, komfortablen Wahrscheinlichkeit bestätigen, dass wir hier Vanilla-Schwerter haben. Yes, also der... Also wenn... Wenn jetzt nicht ein Schwert im Parameter... Also dann hätte der... Dann hätte der Randomizer aber sehr gebaitet. Mit den Schwertern. Und wir sehen hier noch Craig für Maya. Ja... Wäre jetzt auch interessant, aber ohne Feuerquelle noch ein bisschen gewagt. Und wir wissen, die Lampe liegt auf Mountain, dafür liegen aber nur die Flippers. Und damit wäre Palace of Darkness dann doch zu erreichen. Und die Anzahl an Keys, die auch in Logik auf dem Berg liegen, schräg, schräg, äh... So in der Welt verteilt. Hammer in Pot? Why not? Und da kommt die obligatorische Bombe für das Craig-Medallion. Nee, also ich wollte das Maya-Play jetzt nicht ausschließen. Vor allem wenn man jetzt schon mal in der Maya-Area ist, nehmen wir uns ruhig mit. Also es wäre jetzt... Fahrlässig ist wahrscheinlich nichts zu tun. Nur eben, äh... Das sind's nochmal zwei Kisten, die man später holen müsste. Wäre aber nicht so tragisch, da man auf die Seite auch durch kann. So und... Dragon geht jetzt auf das Craig hier. Ja, möchte wohl doch auf der Pyramide wissen, was abgeht. Man kann's versuchen. Wenn er jetzt hier sterben sollte auf dem Weg, dann ist es halt so. Wenn er durchkommt, dann hat's das auch verloren. Oh, das... Ist aber kann schon knapp. Auch wenn die Möglichkeiten existieren könnte, dass er nochmal wiederkommen müsste. Der Hammer kann genauso interessanterweise nämlich auch jetzt hier nämlich in Maya liegen. Aber zuvor finden wir wenigstens raus, was das Ziel ist. Das ist schon mal genau so spannend. Und da ist der Spiegel. Kein Farscanon, you need five Crystals. Das wäre jetzt auch schon fast hier... ...an Ramondo und sein Experto. Nach dem Möver sofort raus. Jetzt kommt wahrscheinlich das Mountain Play. Wir können auf dem Mountain auch den Small Key mitnehmen. Wir können in Logik auch Richtung Hera gehen. Haben in Hera aber nur den Small Key irgendwo schon mal gesehen. Auf dem Mountain dann wahrscheinlich auch. Dann wissen wir eigentlich jetzt schon alles über den City, was wir wissen müssen. Ja, bis auf GT vielleicht. Ja, wie viel wir noch für GT brauchen. Das wollte uns Dragon nicht zeigen. Das ist jetzt möglich, dass wir irgendwas unter 5 haben. Das wäre ganz angenehm. Oder dass wir doch irgendwas über 5 haben. Das wäre ein wenig unangenehmer. Ja, das hätte ich nämlich gerade auch gedacht. Zumindest die Kiste nebenan wäre ja noch erreichbar gewesen. Ah, ein Small zu GT, der ist auch immer nett zu haben. Ja, also jetzt kommt es drauf an, wo der Hell der Bickey liegt. Soll ich ihn noch nicht haben, okay. Wenn wir aber den Hell der GT Bickey haben und 5 das höchste der Kristalle ist, die wir brauchen. Dann könnte man die Kiste mit den Small Keys auch eventuell sparen. Das ist egal. Aber solange wir den GT Bickey nicht haben und es auch immer noch auf eklige Touren liegen könnte. Ich meine, wir könnten noch mit 5 Crystals nach GT, finden da nochmal einen Eingang zu, weiß ich nicht, Kristall 6 oder 7 und finden da irgendwo den GT Bickey. Also das ist auch gut möglich. Ja. Oder natürlich das, was man so oft hat. Man findet dann dort den, wir haben ihn zwar jetzt schon, aber den Mirror für Pantlen Swamp und dann irgendwo läuft es halt Swamp den GT Bickey. Irgend so was in die Richtung. Das könnten auch schon nachher Turtle Rock Bickeys sein und dann haben wir den Turtle Rock später noch irgendwo spielen. Also da bleibt noch ein bisschen abzuwarten, sagen wir den GT Bickey nicht haben und nicht wissen, wieviel wir überhaupt auch für GT benötigen an Kristallen. Alles Spekulation. Erstmal sehen, was die Fakten in Hera bieten. Einen Bickey to distancien. Nee, fürs Kavuz. Hm, ja. Uh. Ich bin gerne um ihn gehen möchte. Äh. Was required? Ein Hammer? Tiefstown Key. Tiefstown Key. Okay, das kann relativ viel sein. Gehen wir da eigentlich für den Bickey immer, weil die Köpfe Tiefstown... Nee, ich glaube dann würde dann Bickey auch da stehen. Ein komisches Spiel. So, Dragon Strike jetzt auch hier mit dem Agina-Check, mit der Flöte ein bisschen schneller. Hat auch die Überlegung wahrscheinlich eher Richtung Maya-Area zu gehen, da Pell of Dark ist noch nicht für ihn logisch erreichbar wäre. Mhm. Aber jetzt mit dem Spiegel auch? Da könnte man doch durchaus, äh... sich mal Pott anschauen in Eastern. Ja, noch hat Dragon den Spiegel nicht. Aber gleich würde ich sagen. Ja, er wird auf jeden Fall jetzt die Flippers finden und dann kommt nochmal die Option mit vielleicht doch nochmal dahin. Eastern wäre für Dragon Strike jetzt auch schon abschließbar mit der Flöte, wir hatten den Bickey schon gefunden. Also, man könnte auf die zweite Flöte dann nochmal gehen. Ja, zumindest gesehen, okay, ich kann Maya öffnen. Also, wer alle Medaillons, die wir theoretisch brauchen, kann immer noch, äh... Bombos für, äh... Eispillets sein, aber theoretisch haben wir alles. Aber ganz kurz drüber reden, dass Saber seinen Pilz nicht abgegeben hat. Äh, das stimmt. Kein Hookshot. Und Maya ist unser letzter Pendant. Wundern mich nicht noch für ein paar Sekunden, warum wir hier bei Saber den Mountain nicht weiter sehen, aber... ...der Hookshot lag so früh hinter dem Pilz... Oh nein! ...dragon hat gesehen, dass Maya ein Pendant ist und, äh, lässt... Ja, ich bin mal gespannt, wie lange er seinen Spiegel da liegen lässt. Ja, Dragon hat gelesen, dass unser Ziel auf jeden Fall fünf Crystal GT sind. Und... ...ob der Spiegel groß gebraucht wird. Klar, für Desert könnte es problematisch werden. ... Irgendwann hat Dragon nicht Desert gemacht. Der hat doch alles dafür. Er kommt nicht rein unter den Spiegel. Ja, ähm, ja, genau. Ich überlege mich gerade, wo der Spiegel wichtig werden könnte. Also entweder Desert und, oder Swamp natürlich. Äh, aber je nach Auslage... ...der weiß. Ein Hinweis, der auf sehr vieles zutrifft. ... Echt mal, aber ich glaube, so oder so wird der Spiegel Dragon wehtun, also... Ja, natürlich, also... ... den Spiegel nicht zu haben, save und quits aus der Dark World, anstatt dass man eben auch kurz weiterflötet. Wir haben die Flöte ja schon. Aber es kann eben nochmal für die Crystal auch am Ende ziemlich undankbar sein. Ja. Auch allein Potrouting... ...Routing generell... Aber mit etwas Glück wird er in dem Seed nicht benötigen. Also er hat ja nicht nur ewig lange Skips, sondern vielleicht braucht er ihn noch nicht. Aber das ist halt... Mal sehen, was er trinkt. Naja, allein muss jetzt nur das Buch in G.T. sein und er kommt nicht nach Desert rein und alles andere ist durch G.T. gelockt, ne? Oder... Müssen wir abwarten, was G.T. sagt und, äh, wie es am Ende genau aussieht. Aktuell stehen wir auf 5 Crystals. Alle weiteren... Spekulationen sind gigantisch. Also wir können gerade so viel über den Seed noch auslegen. Wir können auch genug Items aufs Pedestal legen. Und schon sonst ist es, dass wir schon so viele andere Crystals haben. Aber zuvor... Letztens der Seed mit 5 Crystals 2 Crystals als Option übrig. Das ist es eben. So, Saber noch ohne Feuerquelle, kann also nicht zum Boss durch. Man sollte mal langsam den Pilz abgeben. Also wenn er... Das ist das gleiche, wenn Saber den Pilz nicht abgibt, wird das auch sehr unangenehm. Er schließt sich jetzt nämlich die nördliche Route gleich zu gehen und dann vielleicht Richtung... von Chaos of Darkness. Oder er geht für... Die eine Kiste noch in Swamp. Holt sich jetzt erstmal noch wahrscheinlich die Kiste in Skywoods ab. Weit nicht. Wartet er vielleicht auf so Magier, um erstmal Fakepowdern zu können? Wobei ich das auch immer kritisch finde. Dann machst du mit einem Safe und Quit und du checkst es trotzdem. Also du hast genug Chancen dafür gehabt. Vielleicht hätte sogar Dragon Strike auch dann die Konsole resettet, um den Pilz zu sparen. Vielleicht eventuell Fragezeichen-Sternchen. Aber... ihn gar nicht zu checken, finde ich sehr riskant. Vor allem jetzt, wo die Checks sehr unangenehm sind. Und das geht halt nur für die... Was ich jetzt hoffe, ist, dass er auch Graveyard-Ledge mitnimmt. Oder würde ich jetzt mitnehmen? Ja, also entweder wieder die nördliche Route mit Graveyard und anschließend dann über Catfish, Pyramide etc. etc. Das war ja auch noch nicht. Option 2 wäre die südliche Route und geht nochmal auf den... Uh... War das GT? Ja. Gut, damit ist eben die Frage, was GT jetzt mit 5 oder mehr Künstl zu tun hätte. Dann müssen wir in GT nicht mehr irgendwas suchen. Dann wären wir zu dem Zeitpunkt schon im Go-Mode. Wenn natürlich in GT 4 oder weniger Künstls hätte, dann ist der Blick hier natürlich auch schon mal so ein Punkt. Man könnte es einfach mal klären. Dann sind die Smolkies noch relevant. Gesehen gehabt, mit Dragon Strike ist dann Kista 1 nichts. Aber dafür gleich... ...the first blood of this race. Den ersten Kristall dieses Races. Generell der erste abgeschlossene Dungeon. Und das nach 45 Minuten? Ja. Das kriegt schon dafür, dass alles ein bisschen unangenehm läuft. Ja, normalerweise in einem normalen Open... Ich weiß nicht, wie viel hättest du da? Vielleicht drei, vier? Ja, da kommt es natürlich auch wieder drauf an. Ja. Aber so in der Regel nach 40 Minuten hast du so drei, vier Dungeons eigentlich schon. Und vor allem wenn es selber gleich nach Palace of Darkness geht. Ich meine... Ja, zwei Smolkies. Ja, dann sind wir Drangle aber schon vier. Ja, Spiegel, Spiegel. Ah, hier kommt der Spiegel. Ja, aber es bringt ihn jetzt genauso auf den Punkt, wo man jetzt überlegt, was ist der nächste Schritt. Jetzt dem Hookshot nachgehen, dann wahrscheinlich nach Catfish jetzt, ne? Puh. Ja. Aber da kann... Ja, aber andererseits kann ich mir jetzt halt gut vorstellen, okay, ich habe jetzt den Hookshot. Ich gehe gleich zur Pyramide. Ich schaue mir an, okay, ich brauche fünf Crystal. Mein nächster Schritt ist, ich gehe auf den Berg und schaue mir an, äh, nochmal, also was GT hat. Ja, obwohl es wahrscheinlich jetzt schon schlau wäre, vielleicht sogar direkt auf den Berg erstmal zu gehen. Es fehlen noch so viele Items, egal was es wäre, ob es jetzt nur ein Pendant oder Crystals als Goal sind. Ich finde, das Goal kann ja erstmal noch zwei, drei München warten, eventuell. Der Hookshot ist einfach so... so spät jetzt für Saber. Da müsste er wissen, dass Dragon ihn vielleicht wahrscheinlich schon seit einer halben Stunde hat. Ja, aber andererseits vermisst Dragon halt seinen Spiegel, ne? Also... Gut, das kann aber Saber nicht wissen. Also an dem Zeitpunkt war natürlich für Saber das Maya-Play ganz gut. Aber das mit dem Hookshot tut verdammt weh und er wird, wir wissen, was auf dem Berg liegt, gleich zu einer extrem hohen Wahrscheinlichkeit, ähnlich wie Dragon Strike, so Richtung Path of Darkness gehen. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir da jetzt Progression finden, ist höher als mit dem Spiegel gerade auf K45 oder noch auf Swamp. Ja, ich schätze mal, dass... also ich könnte mir jetzt einen Hammer gut im Pod vorstellen. Tatsächlich. Äh, Firewall finde ich noch interessant. Ich bin schon Eastern, da riecht nur Eis-Palace zu gehen oder irgendwie so. Mit dem Wiki schon. Finde ich irgendwie ein bisschen... ein bisschen lukrativ. Aber auch da muss irgendwann jetzt der Hammer kommen, oder? Ja, natürlich. Also... Der Hammer will jetzt nicht nur eine Stunde liegen, das geht nicht, aber... Das ist so, dass das ein oder andere Item weiterführt. Wäre noch interessant. Na, wie viel haben wir vier? Also theoretisch... Obwohl ich halt kein Fan davon bin, mit vier Keys Podno zu machen, weil das einfach mit dem Spiegel und gefühlt eine Million Mal über die Ride-Side gehen. Ja, aber mit dem Vier, wir kommen auf jeden Fall logisch nach hinten rein, dafür verschwenden wir schon nach zwei einfach mal. Dann die Ride-Side-Bowlock-Seite und dann kann man immer noch, weiß ich nicht, zur Not noch den Hammer hier machen, eine Kiste aufmachen und hat immer noch alle Chancen soweit offen. Man kann da ruhig den einen oder anderen Check erstmal liegen lassen, würde ich wahrscheinlich behaupten. Da wir ja eh nur noch ein Pendant haben hier gerade, dann eher die Keys, die in Logik wären, wo auch die Progression liegen muss. Und das wäre tatsächlich jetzt in den ehren erreichbaren Kisten. Ja. Aber ich bin halt auch ein Fan davon, die Mitte aufzumachen. Wie gesagt, da wir kein Crystal haben, da wir nicht zum Boss wollen, da die Türen, die sechs Crystal benötigen, sehr wahrscheinlich, oder fünf in dem Fall jetzt hier, da wir ja die anderen Sechsen nicht verschwenden können, haben wir ein bisschen Puffer. Ja. Oh, noch Small zu GT. Wenn man immer noch Camber jammt, hat man immer noch alle Optionen, dann kann man sogar noch eine Truhe eventuell noch so noch aufmachen, das ist ganz okay. Ja, aber er möchte wo den, also für den Vanilla-Bickey, die Vanilla-Bickey-Position, dann möchte er wo den Key sparen, erstmal. Ewegeitem ist in Thiefstown. Ja, flirte. Ja. I remember. Ich war dabei. 2020. Ähm. Ja, wie gesagt, er hat vier von sechs, da der Hammer eventuell hinter einem der Items hier gelockt ist und er den Schlüssel mit dem Hammer nicht verbraten kann. Reden wir einfach mal davon, dass, egal wie du immer sich anstellt, wahrscheinlich mit fünf Keys hier alles öffnen kann. Wenn du dann auch noch den Hammer-Jump machst, dann kannst du mit fünf, mit den vier Keys alles öffnen, dein Freund. Und alles wäre weitestgehend in Logis, sofern wir eben den sechsten Kino irgendwo finden. Ansonsten hinten im Dark U ist alles in Logik, hier vorne ist noch alles in Logik. Ja, aber auch den Hammer, ja, okay, wenn er den Hammer-Jump halt macht, ja, reden wir vom Hammer. Ja, und Dragon ärgert sich jetzt ein bisschen, weiß nicht, ob er den Dead-Fort machen soll oder nicht, aber... Ja, aber er muss ja jetzt trotzdem noch in den Dark-Dark-Dark-Dark-Dark-Dark-Törern-Raum hin. Also der ist in Logik, den will ich nicht liegen lassen. Alles andere wäre jetzt nach sechs Keys, er ist in Logik. So, wo du das Dark Maze, der Boss und die erste Kiste und Hamlet's Hall will... Ja, ich glaube, er hat überlegt, ob er Hammern soll oder ob er Dead-Fort machen soll, aber... ...der hätte ich auch lieber den Dead-Fort gemacht. Dann ist jetzt theoretisch auch Swarm, na wir brauchen noch den Smolky, aber Swarm wäre dann weit offen. Naja, wenn wir den Smolky haben, ist Swarm fulglierbar, sofern wir den Spiegel abholen sollten, Herr Dragon Strike. Und ansonsten kein Item. Aber wie gesagt, die Kisten jetzt hier in Bot noch mal lukrativ. Jetzt kommt es noch an, wo noch mal hinter dem Hammer was liegen könnte. Da gibt es noch Hammer Packs. Er würde auch so jetzt nach Tower of Hera kommen. Oh, er haut den Schlüssel auch hier raus. Ah, das hätte ich dann vielleicht nicht gemacht. Also da hätte ich dann vielleicht den Hammer Jump gemacht. Obwohl die Wahrscheinlichkeit ja auch... Ich gehe davon aus, wenn er 6 Keys braucht, dann ist hier die Wahrscheinlichkeit höher, dass es hier im Progression Item liegt, als in anderen 2. Weil das Späteste ist tot. Ja. Wir haben wohl ein Schwert. Ja. Das ist das gleiche Punkt, was wir über Fat Furry reden können. Wir schließen Desert ab, was gleich selber auch tun könnte. Also Desert wäre rein, hätte auch eine Logik, wenn wir auf dem Mountain die Lampe holen. Also beiden Wandern fehlt gerade so ein bisschen... Noch mal der eine checkt, Dragon geht jetzt nochmal hoch Richtung Tower of Hera. Da. Mit dem langen Weg über die rechte Seite. Und Desert ist ein bisschen glücklich tatsächlich. Hat die ganzen Keys auf Darknet Mountain überhaupt nicht abgeholt. Das war auch der Grund, warum Dragon auf jeden Fall noch hin wollte, da er die ganzen Keys dort bekommen hat. Wir reden von zwei Keys und schon wäre auch komplett Fat Vargas abschließbar. So und danach bin ich gespannt, ob Dragon vielleicht doch nochmal in die Dark World geht, um eben die GT-Requirements rauszufinden, die wir für Ganons Tower brauchen an Kristallen. Wäre auf jeden Fall jetzt der beste Zeitpunkt, das nochmal zu machen, wenn man sowieso für Hera nochmal auf den Wert fehlt. Der Zeitpunkt ist trotzdem nicht schön. Ich meine, er kann immerhin gleich mal ganz kurz nach Turtle Rock hinein. Das wäre vielleicht das Einzige, um das irgendwie noch zusammen zu packen. Auch wenn das alles andere als schlau und schön ist, aber... Ich meine, am Ende fühlt sich Xenity immer so ein bisschen an. Und du lässt so... oder du musst so einzelne Checks zurücklassen und dann machst du dich halt auf die Suche irgendwann und klapperst halt diese einzelnen Checks. Also Xenity fühlt sich halt irgendwie immer so an, als ob du deine Zeit mit einzelnen Checks verschwendest, ne? Ja, aber da können wir jetzt immer ein bisschen wie Maya sprechen. Wir haben es vorhin gehabt, dass wir mal bei Saber sagen, okay, hm, ich weiß nicht, eventuell ohne Lampe, hm, naja, okay. Aber Dweggen hat die Lampe, Dweggen weiß, dass da die Silvers, die wir bereits haben in dem Dungeon liegen. Aber auch mit der Info ist es nicht uninteressant, trotzdem nach Maya reinzugehen. Ich meine, auf die Bigchess und den Boss ist alles andere soweit machbar. Ja, aber vielleicht geht er ja auch aus dem Grund auch nicht rein, ob... Jaja, aber dann haben wir trotzdem von den 8 Items minus 2 minus 1. Da komme ich immer noch auf 5 Items und, äh, es ist ein Pendant. Du möchtest wahrscheinlich eh später den Bicky da für dich haben. Vielleicht finden wir den auch gar nicht. Er ist in GT. Es kann also alles relativ egal sein im Dungeon. Sieh das... Das sind halt die Key Sanity-Sachen. Ja, wer spielt schon gern Key Sanity? Ich wollt grad sagen, sieht das nach einem Swarm-Play aus? Äh, Items in Power-Dots. Okay, fährt das Wissen wieder. Ja, Saber muss mittlerweile, also... Klar. Mein Gegner hat vielleicht den Hookshot schon seit Minute 1 gefühlt. Ist vielleicht auch dann ein Sequence Break auf dem Mountain drauf und et cetera, et cetera. Ist aber dann trotzdem nicht zu tun, ist... Ach, weiß ich nicht. So viele Checks, die da liegen. Wir hatten so viele Podkeys, die wir bei Drang gesehen haben. Mhm. Man kann selber von Glück reden, dass der Hammer hinter der White Side, also hinter keinem Key lag. Und nicht irgendwo hinten im Dark U oder sonst wo, wo man sogar vier Keys bräuchte. Also das ist ein bisschen... Ein bisschen glücklich von Saber, dass er mit dem späten Mountain einigermaßen so durchkommt. So, da gibt's einmal Hera für Drang. Ja... Naja... Nicht viel Interessantes oben. Hätten also jetzt noch einmal auf das Basement, was Drang machen kann. Was auch in Logik ist ohne den Bickey. Und oben nochmal die Bickey-Chest, was aber erst mit dem Bickey in Logik kommt. Was irgendwann der Fall sein könnte. Ja, Drang geht auch zurück. Ja, wie gesagt, Drang hat jetzt ein bisschen diese ein, zwei Baustellen und... Kannst jetzt nicht noch mehr anfangen. Ja, ein bisschen gewagter. Aber ebenso auch für Saber. Aber Saber wird garantiert nicht mehr nach Maya so schnell zurückgehen. Ja, wenn da jetzt irgendwas ist, wie zum Beispiel der Tiefstown-Bigkey... Irgendein Key? Selbst ein Turtle-Walk-Small-Key könnte am Ende noch interessant sein. Gut, Turtle-Walk haben wir jetzt nur, leider so. Äh... Tiefstown-Swamp. Also was wir über den Seed wissen, das ist kein Farscan und das ist ein Full-Kissanity mit Normal-Normal-Pool und Funktionality. Äh, wir brauchen fünf Crystals, um den C zu beenden. Was wir für GT brauchen, wissen wir noch nicht. Das... Und wir haben Vanilla Swords. Relativ dankbar und auf fünf Crystals könnten wir auch schon demnächst kommen, tatsächlich. Oh, und da ist ein Small nochmal nach Pot. Ja, damit hätten wir bei Pot jetzt auch fünf. Und das ist jetzt die Sache. Lass doch den sechsten Key irgendwo in Maya liegen und wir hätten auch den Full-Klier in Pot-In-Logic. Das heißt also noch haben das Hallway, die Vanilla Big Key Chess oder was es da vorne ist, plus den Boss noch gleichzeitig. Na da wird es ein bisschen unangenehm jetzt, dass man den einen Schlüssel da verbraten hatte. Und, äh, hm. Ey, ich überleg auch eigentlich grad, dass wir theoretisch auch nur einen Bombos oder Fire Rock von Gormut entfernt sind, weil nach Desert Palace könnten wir mit dem Spiegel rein. Äh, und für... Okay, es würde noch ein Small-Key, also der Small-Keyner Swarm, der vielleicht dort oben liegt. Und, ähm, der Zugang oder der Pfeffer-Eis-Palace und schon wären wir eigentlich im Go-Mod. So einfach... Könnte es theoretisch sein. Ja, wenn wir die Fire Rock haben, können wir Sky Woods beenden. Da brauchen wir gar nicht nach Swamp oder, äh... Ja, das stimmt auch, ja. Also eigentlich ein Fire Rock. Fire-Word wäre sofort der Gormut? Ja. Wie gesagt, da brauchen wir also je nach Voraussetzung, was GT hat. Das kann halt noch eine schlechte Rechnung machen. The Big Key of... Okay, das ist gut für Drang. Der hat das zumindest schon mal gelesen. Das ist sehr gut für ihn. Drang checkt jetzt keine einzige Kiste enther. Okay. Aber gut, wie gesagt, wir werden jetzt ein Item nur suchen. Zumindest jetzt im Knowledge von Saber raus. Mit dem, mit dem, mit dem Mirror. Den wird Drang noch brauchen, um eben auch nach, äh... in den Satz zu kommen. Auch für den Köder. Ah, okay. Fünf, fünf, fünf. Das... Okay, also das ist eigentlich ein Fire-Word, ne? Wir suchen nur noch ein Fire-Word. Genau. Tower of Hera. Dürften beide hinbekommen. Ob die weiteren Optionen ist eben, wenn wir Bombos haben, dann bräuchten wir aber wahrscheinlich noch den TT-Key oder den Swamp-Key. Oder wir finden TT und Swamp-Key. Und bräuchten dann gar keine Fire-Word. Oder vorher keine weitere Word in der Hinsicht. Vielleicht eben für Saber. Fünf Stück. Den ist wahrscheinlich auch Tower of Hera dann eben noch beenden, wenn er schon mal hier ist. Also haben wir einen 5-5 Open Normal Normal für Sanity. Und da ist Bombos. Na, Bombos allein aber leider noch nicht die Lösung. Vor allem nicht für Dragon, der noch den Spiegel braucht. Ansonsten... Ja, Bombos macht Eis auf. Bombos macht Eis auf. Bombos können wir Eis beenden, aber es reicht nicht, um den Sieg zu beenden. Jetzt brauchen wir immer noch Fire-Word. Oder, oder, oder. Jetzt haben wir drei Outs. Sofern wir den Spiegel finden bei Dragon's Strike. Dragon müssten wir im Endeffekt jetzt zwei aus vier noch finden. Na, ich könnte mir vorstellen, vielleicht wenn er sich sagt, okay, ich clear Desert. Ich weiß, ich hab 5-5. Ich geh jetzt Desert clearn, dass er da mal ein Euklein in Maya reinwirft. Das wird nicht passieren, weil Desert nicht clearn kann. So, damit haben wir TT. Das heißt also, dass wir unser Go-Mode für Saber hier. Wenn Saber gleich nach TR geht, kann das für den Go-Mode reichen. Und Dragon braucht immer noch eine weitere Option. Entweder den Fire-Word oder den Spiegel überwissen werden nicht. Das ist das Problem. Ja, und je länger er hat jetzt den Spiegel mit Maya liegen lässt, und Maya ist für ihn halt doch überhaupt nicht interessant. Er wird Eis-Pellets voll clearn. Er wird dann nach TT noch clearn, allem drum und dran. Und sollte Saber jetzt in den TR rein dippen, und Sabers Option sind halt auch nicht so riesig, und dann nicht nach dem ersten Item abhauen, wie er es vor dem Maya gemacht hat, könnte er das dann schon reichen, wenn er die beiden Items findet. Bin ich heute doch pünktlich zu meinem Qualifier. Haha. Und Saber scheint auf jeden Fall schon mal nach Turtle Lock zu gehen. Was dann nur noch passieren könnte ist, das war... Stimmt, wie haben wir denn Vicky schon für GT? Nicht egal, alles gut. Habe gerade an GT noch gedacht, aber in Key Sanity kann man das ja sehr angenehm skippen tatsächlich. Auch wenn die Herzenanzahl trotzdem sehr niedrig ist, weil wir hier jetzt relativ schnell Richtung Go-Mode laufen. Zumindest auf der linken Seite. Und Dragon jetzt mit dem Eispel ist voll clear. Völlig normal, völlig richtig. Nur leider wird er dort den Spiegel zumindest nicht finden. Also das Buch ist auch noch eine Option. Darf man nicht vergessen. Es ist eine Option. Firewood ist eine Option. Firewood wäre halt auch praktisch, weil Skywutz halt auch ein relativ schneller Dungeon ist. Er weiß, er muss sowieso nach Skywutz zurück. Also kann man eigentlich für Dragon nur hoffen, dass er in Firewood findet. Ja, man könnte es auch noch nicht hoffen, dass Dragon davon ausgeht, dass der Vicky für Gallants Tower vielleicht hinter der Firewood liegt. Das ist wahrscheinlich seine Hoffnung noch ein bisschen im Hintergrund. Wir wissen aber, der liegt in der Big Chest und Saber hat auch bereits gesammelt. Also die Firewood ist dafür nicht unquiet gewesen. Und da war Bombos und Saber scheint weiterzugehen tatsächlich. Ein interessanter Samaya liegen lässt, ob ein TR weitergeht. Also das ist schon... Das wäre schon so meine Frage gerade. Aber das wird jetzt für Sama dann sein Gormod sein. Kann er uns ja dann alles im Interview erklären? Dragon bereitet alles jetzt hier für den voll clean Eis vor. Vielleicht hat er ja auch einfach Angst vor Maya. Der Kiste nebenan lag. Oder Saber geht erstmal noch ein bisschen weiter, weil es noch nicht ganz auf der Uhr hat, dass er 5-5 spielt. Er könnte jetzt Desert abschließen. Mit der Lampe, die er noch nicht hat. Ah, ich sehe es gerade. Er war noch nicht in Spiral Cave. Huch. Dann dauert es noch eine Sekunde. Ja, der Spiegel liegt in Maya. Spiegel, Maya. Spiral Cave, die Lampe. Und die braucht Saber noch, um Desert abzuschließen. Deshalb befindet sich Saber noch nicht im Go-Mode, weil er die Lampe noch nicht hat. Nicht, dass er jetzt Spiral Cave vergift. Was natürlich auch passieren könnte. Er hat den Spiegel, was sich jetzt ganz recht angenehm macht, dass man da tatsächlich nochmal kurz hingeht. Also das wäre jetzt nur eine reine Vergessensfrage. Aber er wird dann wahrscheinlich auch gleich hier noch alles weitere mitnehmen. Auch noch Mimic Cave. Dann war Kitokit hier gerade mit den Shoutouts nochmal. Wie gesagt, unsere Wunner sind hier verlinkt. Spielen oft regelmäßig und auch gut Zelda. Nicht immer nur so ein Zufallsmodus. Auch ganz gerne ein paar andere Modi. Wer also da von den Wunnern mehr sehen möchte, einfach dort mal vorbeigucken. Die Wunner freuen sich, wenn mal ein paar Leute neben solchen Re-Streams auch mal zuzugucken. Ebenso auch die Kommentatoren. Tale, meine Wenigkeit. Tale... Ja, hat sie später eingetragen oder was? Ja, genau. Das ist Commodore to Dragon Strike. Wow, was? Ich bin nicht davon ausdenken, dass es hier was gibt. Da ist der Fire Rod. Also immer Fire Rod. Okay, das ist ein Raze. Ich habe die Wahrscheinlichkeit nicht erwartet, dass das klappen würde. Aber... Ich weiß gar nicht, was das Dragon jetzt noch sucht und so weiter. Denkt ihr was falsch? Ja, vielleicht hofft er... Hm... Auf ein paar Herzen, vielleicht? Das tut ja nur ein Schwert. Ähm... Ja, apropos Schwert. Das war nämlich auch gerade mein Gedanke, wie sich die... Ähm... Wunner dahingehend jetzt verhalten. Also... Ähm... Okay, also an das Schwert nach Desert Palace und Tiefstown sind ja beides Dungeons, die können wir clearn. Also können wir die bei Top-Up abnehmen. Ja, Saber wird sie clearn, Dragon nicht. Also Dragon wird auf jeden Fall nicht die Option haben, zum Temper zu kommen, weil er nach Desert nicht reinkommt. Aber Dragon wird anstatt Desert, wird Dragon dafür gleich ähm... Kaputt. Kaputt, ja. Und Saber hat die Lampe geskippt. Ernsthaft? Damit ist das eigentlich jetzt fast schon sehr ausschlaggebend gerade für Dragon an der Stelle. Oh, jetzt hab ich auch nicht... Zwei... Ich hab jetzt gerade davon ausgegangen, dass A, Saber die Lampe garantiert holt, und B, Dragon weder Buchen noch Firehaut in Ice Palace findet. Oh, da hat Dragon... Ach, kein E, ich weiß, mit der Flöte und dem Buch. Man hat die Keys, kann man schnell durch Dings rennen. Ja, weil du... Die Motte, die Motte für den Big Key auf jeden Fall. Ich mein, wir laufen auch hin, weil warum sollten wir auch flöten? Macht keinen Unterschied, jetzt ist auch egal. Da merkt man, wenn die Wanderbisters im Go-Board sind, einfach jetzt gerade einfach... Ach, egal, Flöte oder nicht, ich lauf jetzt gerade eh schon los. Ähm, ne, der Big Key auf jeden Fall für GT. Weil entscheidest du dich jetzt, einen Dungeon mehr zu machen für Stampert, als du jetzt eigentlich müsstest? Du müsstest ja nicht einen Dungeon mehr machen, du müsstest nur einen Dungeon machen. Oder zum... Stimmt, er könnte jetzt Tiefstone skippen. Nee, weil Tiefstone braucht er für Schwert, so. Aber er könnte zum Beispiel nach der... nach der Big Chess die Motte skippen. Ja, aber das wird sich nicht anbieten. Und dann muss... Oder du machst halt, wie gesagt, einen Dungeon mehr, als du müsstest. Für, für dein Temperat. Moment, wir haben drei Bottles, wir haben noch gut Geld. Also selbst dann könnte man immer noch, äh, das Geld auch raushauen für Potions, weil man sich unsicher fühlen sollte. Wir haben jetzt still was. Daran wird also nicht scheitern. Äh, wir hätten nicht weitere schöne Safeties, aber das macht nicht allzu viel aus, wie gesagt. Dann müsstest du die Wettbomben auch noch abgeben. Das zielt sich alles schon ganz schön. Und das lässt ja wirklich schön reinrouten. Also das Temperat Sword würde Dragon drei bis vier Minuten locker kosten. Und würde ihm zwei Minuten sparen? Nee, das ist das nicht. Na, weil das ist jetzt... Nee, also ich sprach jetzt halt die generelle Frage an. Also nimmst du es jetzt halt in Kauf, vielleicht einen Dungeon mehr zu machen für deinen Temperat? Wir reden von dem Seed hier. Wir reden schon von dem Seed. Dann nein, hab ich doch gerade erzählt. Okay, okay, nee. Das Temperat spart ja zwei Minuten, drei Minuten, es kostet sich drei Minuten. Also... Nee. Und vor allem, je nachdem wie Dragon Strike gleich dann der GT-Big Key soot, kann es sein, dass er erst sogar ins Back geht in Skullwoods, weil er da über den Key stolpern würde. Aber dann vielleicht erst den Lieferanten-Key oder macht kurz den Hammer oder den Jump direkt. Also nee, es lohnt sich nicht. Die Mod ist einfach viel schneller jetzt eben zu machen, als da besser zu rennen. Und das Schlimme ist eigentlich nur, er sucht immer noch gerade jetzt seine Feuerquelle bzw. seine Lampe. Um es genauer mal auszudrücken. Wird aber wahrscheinlich auch über die Firewatch fallen. Ja, er wird vielleicht auch über die Firewatch fallen, was ihm auch gleich alles öffnen wird. Ja. Aber eben nach weiteren Full-Clears, die eben jetzt gerade Dragon nicht machen muss. Na, wobei Dragon auch hier, da rechts, links nach äh... noch Kisten öffnet. Vielleicht auf der Suche nach dem ein oder anderen Herz, ich weiß es nicht. Ja, oder wir übersehen irgendwas in der Euphorie gerade, aber meiner Meinung nach nicht. Ich mein, Dragon wird auf jeden Fall Swamps kicken, weil er den Spiegel nicht holen wird. Was in Ordnung ist. Das Ice-Sword brauchen wir nicht, TT beenden wir, Skywoods beenden wir. Und dann haben wir 5. Ja. Das ist schon mal ne Rechnung, die scheint aufzugehen. Er hat den GT Big Key, wir haben Small Keys. Er weiß, wo der GT Big Key liegt. Ja. Und zwar in Skywoods. Und dementsprechend, da kann er alle Kisten öffnen. Gut, aber wir sehen auf jeden Fall jetzt hier gerade Doppel-Blind. Doppel-Crystal. Doppel-Red-Crystal. Ja, aber hätte Saber sich die Lampe abgeholt, wäre er eben so ein Go-Mode. Könnte jetzt eben in Desert eigentlich nur zum Boss durchrennen. Wäre Desert auch direkt erledigt. Und könnte danach dann Ice Palace nur mal eben schnell auch Go-Moden. Aber jetzt kommen alles Checks, die für Dragon Strike gerade reden. Damit wird sich Dragon jetzt einfach einen Vorsprung ausbauen. Der möglicherweise spielentscheidend ist, weil auch wenn Saber jetzt sofort in Ice Palace geht, in Ice Palace full-cleared, wird Dragon in der Zeitpunkt schon in GT unterwegs sein. Der Stiefel, der auch schon schnell in Stiefel ist, nach Skywoods. Sein letzter Dungeon, ja. Ja, also... So, er nimmt jetzt hier den Bomb-Jump direkt zum Vicky. Also wenn er jetzt sagt, er möchte das Tempered haben, dann wird er jetzt gleich dann safe und quitten, aber ich gehe ja nicht davon aus. Das ist einfach die Zeit ersparen, das nicht. Er hat eine Red-Mail, er hat schon acht Herzen. Würde er jetzt... Okay, da bin ich auf das Schwert? Ja, da gibt es tatsächlich den safe und quit. Da gibt es auch noch die Herzen mit, weil der Wurm so eklig ist. Okay. Also ich würde jetzt rein von der Schnelligkeit her sagen, würde es schneller gehen, auf das Schwert zu verzichten und dafür die Motte zu machen. Warum flötest du nicht, Dragon? Du hast eine Flöte. Ja, okay, die Flöte habe ich auch schon wieder ausgeblendet dreimal. Mit der Flöte, okay, geht es schon mit Desert, aber... Also vor allem von Dragon Strike, seinen Skill her, dachte ich mir, er würde aufs Tempard verzichten, weil es einfach jetzt nochmal Wege sind, die man hätte sparen können. Aber wie gesagt, unsere Wunner denken da genau jede Sekunde und es kann sein, dass er mit dem Tempard einfach am Ende 20, 30 Sekunden immer schneller ist. Ich möchte jetzt nichts falsch erzählen, es ist immer noch eine Frage, hätte er jetzt geflötet, ist er jetzt schnell hier durch den Dungeon durch und anschließend nur kurz Fat Fairy zu machen dauert auch nicht allzu lange. Also, wenn unsere Wunder sich selber wissen, okay, dadurch ist mein Climb einfach nochmal zwei Minuten schneller und gerne auch nochmal ein bisschen schneller, dann bleibt es besser, dann wird das schon stimmen, dass jeder seine eigene Routine. Ich hätte jetzt aber Dragon eingeschätzt, dass er sagen würde, nee, nee, ich verzichte mal auf das Schwert und weil ich jetzt eh schon in Skullwoods bin, renne nur ganz kurz hier durch und bin sofort in GT oben. Aber auch wieder angesprochen hätte ich wahrscheinlich eine Portion kaufen sollen, würden und spätestens auf dem Zeitpunkt ist das Schwert wahrscheinlich die bessere Safety. Und selber kommt seinem Gormut immer näher? Ja! Und er hat tatsächlich was, ich habe es angesprochen, er hat Spiral Cave vergessen. Das meine ich eben, also er hätte mit der Spiral Cave schon in Gormut sein können, hätte er nur deshalb beenden müssen, er hätte natürlich auch durch Eis gemusst, aber er hätte sich gerade eben nochmal ein bisschen andere Sachen gespart. Das ist dann so ein bisschen der Punkt, glücklich für Dragon, zwei von drei Outs am Endeffekt jetzt hier in den Eispalast zu finden. Ja, da konnte Dragon auch den einen Key sparen, beziehungsweise musste er den Pot nicht aufheben. Und damit gleich Crystal Nummer 5. Oh, mit Musik für den Rang Spike, Wahnsinn. Danke an unseren Tracker. The future is now, old man. Ja, und Saber... Ach, das ist ein guter Fireboard. Das ist halt unglücklich, damit ist Saber dann zweifelig mit vier Crystals und muss nochmal durch Desert rennen. Und du willst ja wahrscheinlich auch das Schwert abholen, das heißt also, jetzt wo Dragon Strike durch Desert durch ist mit 13,50, da wird Saber erst in drei Minuten sein. Beide werden sich wahrscheinlich dann trotzdem das Tempert noch abholen. Ey, jetzt sagen wir nicht, du machst Desert aber holst das Tempert nicht ab, also warum denn nicht dann die Motte? Da sehe ich gerade irgendwas Dramatisches an der Stelle. War Desert jetzt schneller als die Motte? Hm. Hm. Vor allem, wenn man nicht hinfliegt, sondern hinläuft. Hm. Er hat kein Smolky gehabt für die Motte. Da, ich habe es. Rätsel gelöst. Vielen Dank an mich selber. Ich habe aufgepasst. Hat nur Tempert gedauert. Oh! Aber dann, aber dann hätte ich, aber da, also wenn ich dann aber dazu gezwungen wäre, dann hätte ich mir doch aber schon noch das Tempert geholt. Wie gesagt, die Männer schätzen das selber ein, wie viel sie über die Sachen sparen und ob es nötig ist oder nicht. Und wenn er sich sagt, ich brauche es nicht und ich spare damit nicht genug, das ist für jeden anders. Der eine sagt ja, der andere sagt nein und da muss jeder sich selbst irgendwie einschätzen können. Aber damit ist es natürlich ganz untergegangen. Dadurch ist natürlich Skywoods immer noch mit dem Smolky-Log, weil wir den ausgegeben haben. Okay, Saber. Ja, danke Barker, danke. Ich bin sehr stolz auf mich, dass ich das Rätsel selber gelöst habe. Das ist so ein Bogen auf mich selbst gerade. Saber, du bist im Go-Mode. Du bist im Go-Mode. Genau, Saber muss gleich nur Desert machen und Desert kann er machen. Da brauchen wir keine Smolkys mehr dafür. Wir hatten da ganz am Anfang darüber gesprochen, als beide den Smolky geklaut haben in Skywoods und haben gesagt, ja gut, das wird aber, das wird schon nicht allzu wichtig sein am Ende wahrscheinlich, weil man stolpert in der Regel immer über den Skywoods-Smolky irgendwann. Vor allem, wenn der der Boss in Logik sein soll. So, aber in dem Seed, keine Ahnung, nö. Ein ganz einfaches Nein. Hätten diesen Seed-Out-of-Logic Hilfe? Naja, nicht zwingend, da wir es ja nicht machen müssen. Wir haben ja nur 5 Crystals. Der weiß, wo die ganzen Crystals liegen werden. Aber wir werden sie nie sehen. Der Firewall könnten wir Eastern beenden auch. Also, drehen und wenden, wie man möchte. Auf jeden Fall Dragon Strike in unserem Climb. Auf, auf, GT. Ja, der Vicky heute auf der 30 ungefähr. Ich mein, auch so ein Punkt bei Dragon, man merkt grad so ein bisschen vorsichtiger. Ich mein, wir sind aktuell noch auf 6 Herzen, die er aktiv hat. Ähm, hat aber, ich weiß nicht, was die Safeties genau beinhalten gerade. Wir müssen die festlegen. Also, ich glaub, eine Red haben wir auf jeden Fall. Eine Red wird mir jetzt ausreichen, okay. Aber wir hatten keinen Puder, wir hatten nichts dergleichen. Und bevor man hier am Ende irgendwie mit 2 Herzen dann super gefährlich spielt. Aber mit einer Red Potion ist es okay. Wir haben eine Red Male, das macht also ein Deutschangenehmer. Ja, auch selber geht's straight zum Boss. Muss ja auch gar nicht groß durch Desert stiefeln. Ja, Vorteil vom Spiegel. Aber mit Buch. Ja, das war aber dann auch sehr lucky für Dragon. Das war aber auch sehr lucky für Dragon. Also hätte er, äh, das Buch nicht noch auf Coldstar, ne? Genau, das ist erst im Nachhinein, jetzt haben wir Dragon auch die Kisten noch geöffnet gehabt. Ja, aber Dragon braucht im Grunde ja noch, noch viel Hilfe. Das ist geil. Na? Da hätte die Firewood Online nicht allzu viel gemacht. Also, sehr glücklich an der Stelle tatsächlich. Während bei Saber, ihm hätte eigentlich auch die Lampe gereicht. Er hätte nicht zwingend den Firewood das gebraucht. Er wusste, wie er nach Desert kommt. Also, das ist eher so noch das Buch, was Dragon jetzt hier ein bisschen hintergerettet hat als Firewood. Und super ärgerlich an Saber. Die Checks, die er noch leer gemacht hat, 1-2 Minuten auf jeden Fall, die läuft jetzt hinten dran. Gut, 5 Minuten jetzt gerade hinter Dragon Strike, als er vorhin durch Desert durch ist. Während Dragon jetzt schon hier durch mit dem Climb. Und das ist auch der fünfte Crystal dann für Saber. Er wird vermutlich auch nicht aufs Tempered gehen, oder vielleicht doch? Wir haben es angesprochen, also es würde sich schon lohnen. Man braucht ein Minütchen länger. Aber man kann damit auch ein Minütchen sparen wahrscheinlich. Und Dragon macht auch die Kisten hier noch eben auf. Na, to this dungeon. Brauchen wir auch nicht. Ein Climb-State, aber. Warum nicht? Aber das Herz ist natürlich immer ganz nett. Gucken wir gleich mit 8,5 Herzen hier raus. Hm, was macht Saber da? Saber, du hast alles, was du brauchst. Saber wirkt grad ein bisschen Lust. Er hat Bias gecheckt und müsste wissen, dass es 5 Crystal sind. Sowohl als auch. Und, zur Erinnerung, wir kommen auf jeden Fall hier... Oder hat er seine Dungeons jetzt nicht gezählt? Saber? Oder hat er den GT-Bickey noch nicht? Und gibt es den GT-Bickey hier oben vielleicht? Ich weiß es gerade nicht. Ja doch, den Bickey hat er. Ja, aber vielleicht nicht getrackt. Vielleicht hat er doch die Info, ach ja stimmt, in Skywood ist der Bickey. Er hat doch noch einen Smallkey. Wo gab's den eigentlich dann noch? Und hat der Dragon Strike vorhin auch einen Smallkey? Ich bin mir nicht sicher. Also, laut Dracker-Anzeige her, hatten sie einen... Also, sie hatten nur einen gefunden. Das heißt, sie hätten sie verbracht... Dann hätte... Warte mal ganz, ganz kurz. Warum hat der denn dann Dragon im Dessert gemacht und nicht die Motte? Hatte er einen Smallkey? Ich meine... Ich meine nämlich eigentlich... Also, wo du sagst, ich meine nämlich auch, dass er einen Smallkey gehabt hätte... Dann müssen wir... Schade, ich hab mein gelöstes Rätsel bereits wieder... wieder selbst verrätselt. Und man weiß es nicht. Man weiß nicht, warum Saber jetzt den dann nicht gespielt. Man weiß nicht, warum Dragon Striker nicht gespielt hat. Okay, Kermit meint, der Dragon Striker ist kein Smallkey. Vielleicht hat er den beim... Beim Routing doch irgendwie ausgegeben oder so. Kann sein. Ich bin jetzt mal kurz davor, ins VOD reinzugucken, ob da tatsächlich keiner war. Wir haben es ja gesehen, als er den Bickey abholt hat, müsste er einen Smallkey haben oder nicht. Also, das wäre jetzt meiner Validation her das schnellste. Aber das wäre dann der Grund, dass Dragon definitiv das Boot bräuchte für Go-Mode. Oder aber er hat einen Smallkey gehabt und... Man weiß es nicht. Und wie gesagt, das weiß es nicht geht genauso auch an Saber. Denn während er jetzt grad noch Crystal Nummer 6 holt... Holt Ganon... äh, Holt Ganon. Holt Ganon Dragon Strike oder Dragon Strike Holt Ganon gerade? Wir wissen es noch nicht. Wir werden es aber gleich rausfinden. Insgesamt 12 Spins in den ersten beiden Phasen. Ja, hoffentlich die zweite Version. Irgendeiner holt irgendjemand anderen. So, ich geb jetzt ins VOD rein. Ich muss jetzt wissen, ob Dragon uns im Okay hatte. Und wenn nicht, warum und weshalb. Aber wenn es dann so ist, dann brauchen wir Dragon die Frage nicht zu stellen, warum er desert gemacht hat. Sonst ist das Ding nämlich klar, warum. Währenddessen 52 Spins to win. Na, 4 weniger. Ne, warte. Jetzt rechne ich falsch. 12 plus 12 plus 4 plus 4 Silvers, die alle einen Spin benötigen. Kommt drauf an, aber wieviel er auf einmal trifft. Äh, das sind 32. Weil ich jetzt nicht komplett im Kopfrechnen gefehlt habe. Ja, er wird mit dir einen Double machen. Vielleicht davon 30. So, Dragon, wo hast du den GT-Wiki geholt? Oh, und da gibt es tatsächlich nen Tempered für Saber. Hat er deshalb jetzt die Motto noch gemacht? Das wär, war Motto ein Red Pistol? Ja. Ja. Boah, das ist aber dann wirklich sehr lange im Endeffekt. Nur für ein Schwert. Also dann... Ne, Dragon hatte keinen Small Kid. Das hätt ich dann tatsächlich, aber das war halt die Frage, worum es geht, ne? Machst du ein Dungeon mehr? Um... Weil dann hätte er eigentlich Desert weglassen können müssen. Dürfen. Wie auch immer. Desert war ja auch ein Red Crystal. Ja, stimmt. Haha. Saber muss auf 6 Crystal spielen, wenn er das Tempered haben wollen würde. Weil er hätte aus Eispellets wegspielen können eventuell, aber... Skywood Crestle ist nicht... Stimmt, das war ein Tiefstown und Desert. Warum hat er die Motto gemacht? Ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Er hat auf 32 gekommen. Schade. Und vielleicht an Selma an der Stelle ein bisschen zu vorsichtig, ein bisschen zu merkwürdig am Ende nochmal gespielt. Die fehlende Lampe vor allem nochmal ein Indiz dafür, dass er da definitiv schon nicht mehr in Führung lag. Weil Dragon Strike beendet sich hierzu eben mit einer Zeit von 1,2334. GG's in den Chat für Dragon Strike. GG. Ja, also... Hast du das Rätsel im Watt denn lösen können? Er hatte keinen Smolky. Also erst nach Desert, weil er keinen Smolky hatte. Das Ding ist auf jeden Fall confirmed. Das ist in Ordnung. Alles andere dafür nicht. Nicht mehr. Schauen wir mal, ob er für ein Interview noch reinkommt währenddessen hier... Vielleicht möchte ich auch den Qualifier spielen, wer weiß das schon. Alles hier Möglichkeiten, die existieren. Während wir Saber noch begutachten, wie er dann auch Jutea klimmt und ein bisschen Bacon macht. Genau. Weil Saber jetzt ein bisschen angenehmer. Er hat sogar ein Herzchen mehr, zumindest jetzt auf dem Weg zum Kleinen mit Neuherzen. Hat auch das bessere Schwert. Hat aber einfach nach drei, vier Minuten jetzt einfach nicht mehr übrig gehabt. Ja, wir sehen schon unten im Factor. Die Wacken werden schon noch vorbeikommen. Ja, es ist halt... Wir spielen ohne Delay. Das heißt also... Die Wacken ist gerade durch und denkt sich erstmal... Lassen wir ganz kurz irgendeinen Kaffee holen. GG. GG's. Ich hasse Skullbutz. Wir waren ein bisschen am Rätseln, warum du dann auf einmal nach dem Wiki umgedreht und nach Desert bist. Aber Teto hat's erkannt. Ja, nach einer dreiviertel Stunde, dass du kein Key hattest. Weil im Tracker waren Keys eingetragen oder auch nicht. Und ich habe jetzt überlegt, warum gehst du nach Desert? Ist das schneller? Und dann läufst du auch noch nach Desert. Du hast eine Flöte, du Hirte, ne? Das war glaube ich dein große Name hier. Dieser Schlüssel hat mich viel zu fertig gemacht. Ja, ich dachte mir schon, das ist da gerade irgendwie ganz anders unterwegs. Lass den GTP-Key auf der Motte liegen und ich habe ein Problem. Ja, aber Saber hat die Motte noch gemacht, aus wissen nicht welchen Gründen. Und ja, irgendwo gab es auf jeden Fall den Small Key. Was es auch gab, fangen wir erstmal ganz kurz damit an. Du hattest schon ein bisschen Dusel. Das Buch, der Fire, what is nice? War sehr nett. Der Spiegel lag nämlich in Maya. Und den hatte Saber relativ früh. Und damit wussten wir schon Desert und allem drum und dran. Und für dich, du hattest ein paar Outs, die du suchen musst, um in Go-Mode zu kommen. Und ja, ein Eispalast gefunden. Du hast direkt realisiert, wie ging es dann da? Ich habe eigentlich nur nach dem Fire-Rod gesucht, weil ich komplett vergessen habe, dass ich den Key benutzte. Dann sehe ich den Fire-Rod mit Go-Mode und dann bin ich ins Kaputze und merke, wait, warte mal. Es ist auch erst... Okay, es ist erst hinter aufgefallen. Ich war auch die ganze Zeit mit Wies so wach... Wie, der ist tampert doch? Ich verstehe das nicht. Also... Übrigens ein Key hätte es next to time tampert gegeben. Das hat uns selber gezeigt. Fun! Ja! Aber Saber hat ja trotzdem irgendwo schon einen her. Also irgendwo muss es einen gegeben haben. Wir wissen nicht, wo. Wie man weiß, wo und wo. Ne, also... Weiß ich nicht. Was meinst du? Die Settings... Zu einfach? Zu leicht? Zu schwer? Was hättest du dir anders gewünscht, in dem Seed zu weit? Äh... Also bis jetzt hätte ich relativ normale Seeds. Nicht so wie am Vitale zum Beispiel. Ja... Ja, zweimal expert, expert. Ich danke, Randomizer. Gestern war es kein expert, Experte da. Es war ein normal Expert, aber davor ein expert, expert. Also, immer expert. Du wünschst dir doch irgendwas irgendwas Dümmeres? Hört das richtig raus? Direkt. Ich hab das Gefühl, ich sollte auch mal rollen. Also, ich will nächstes Mal auch mal dem Gott Bescheid sagen. Tu das. Da kommt wieder raus oder so. Quatsch. Pfannen! Da musst du aber vorher bei gewissen Leuten in die Leere gehen, um Seeds rollen zu dürfen. Mystery Seeds darf ich gut rollen. Glaub mir. Ich hab da auch in den letzten Wochen gute Sachen gespielt. Also Mystery Seeds, äh... Ja. Wie wir es erwarten. Zufällig. Zufällig gut. Zufällig schrecklich. Tato Seeds sind noch besser als Thales Seeds. Wow, 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 wow. Wie kann das Jahr 2020 noch schlimmer werden denn mit so einer Aussage vielleicht? Ja, ich mein, äh... Vanilla Swords. Mal wieder gesehen. Die Idee ist dir wahrscheinlich dann auch mit dem Onkelschwert sofort gekommen, oder? Oh, oh mein Gott. Da hab ich auch gedacht. Irgendwann hatte ich keine Lust mehr. Noch einen Namen Schwer zu suchen. Ich hab gedacht, komm reicht jetzt. Ist auch egal. Ja. Hast du einfach deinen Teamkameraden mitgenommen und gegen ein Schwert eingetauscht? Den guten Frosch. Hat sich auch angeboten. Auch die schöne Flöte aktivieren, das zweite Schwert ab. Ja, ja. Ich hab auch gesagt, ne, wenn der jetzt skank ist und das Flakeflame hinbekommt, was immer extrem gefährlich aussieht halt und auch ist, äh, dann das Ziel schon zu erfahren, da war natürlich schon ein bisschen der Knowledge-Vorteil. Ey, diese Mücke, ne? Wenn ich klatsche nochmal ein bisschen hier. Vielleicht kriegst du das. Äh... Dann hast du natürlich das Titel vergessen, das Schild zu lesen. Ja. Du kannst dir mal raten, welche nette Person, äh... Nennen sie mal Schulzer, dem das zu zweit erst aufgefallen ist und schon gesagt hat, wenden wir, er vergisst das gleich und er checkt das nicht nach dem Motto. Ja. Wir sind da halt auch zweimal hin passiert. Aber ich glaub, mit 5,5 konnte ich mal ganz gut leben, in dem Sieg dann auch. Ja, war eigentlich wirklich ein, äh, wirklich angenehmer Sigt, muss ich schon sagen. Auch ein bisschen Sequence-Breaky tatsächlich, aber... Ich geh doch hoch schon am Anfang. Ich glaub, der ist natürlich mal ganz nett. Ich glaub, dahinter war jetzt nicht außerdem die Lampe, die jetzt nicht so spektakulär war, aber... Wie gesagt... Dein Gegenspieler hat sie leider gemisst und, äh, ihm deutlich mehr Zeit gekostet zum Ende hin im Seed. Das war also ein ziemliches Auf und Ab. Und Dragon, äh, Runde 3! Das heißt also, bis jetzt schon in den Top, ich weiß gar nicht wie vielen. Ist ja im Double-LV schon mal ein bisschen komplizierter alles. Äh, weiß ich nicht, 8. Keine Ahnung. Irgendwie sowas, 6. Top 6. Man weiß es nicht. Ist ja auch egal. Äh, ich seh's nur gerade noch. Morgen Abend entscheidet sich ja, wer der Gegner sein wird. Und zwar, 20.30 Uhr spielt dann der Wolfi-Dragon gegen meine Wenigkeit, den Teto. Und, äh, ja, da wird der Gegner dann ausgewürfelt. Wen hättest du denn gerne? Oh, darf ich euren Seed dann rollen? Nein! Mach da nämlich kein Problem mit. Wen hättest du gerne, Dragon? Hat der Wolfi schon mal im Turnier. Wie wär's denn mal mit Teto im Turnier? Also, das verliere ich morgen. Okay, kein Problem. Belastet! Oder darf Rein-Seeds machen? Kann Rein-Seeds? Ganz ehrlich, dieser armer Glaube, den hab ich seit dem ersten Turnier schon immer satt gehabt mit. Da rollt einer ganz schlimme Seeds. Ich mein, es passiert so, wie es passiert. Äh... Ja. Ja. Also, das zieht natürlich anfangs so ein bisschen mit. Ah, gut, es ist nur ein Key Sanity. Okay, es ist nur für ein 5.5. Aber jetzt suchen wir auf beiden Seiten ganz unterschiedliche Items. Und wir wussten dann ganz genau, was du niemals finden wirst. Laut dem Motto. Und, äh... Ich persönlich hatte Saber noch vorne gesehen. Mit der Tatsache, wenn er gleich die Lampe findet, ist er im garantierten Go-Mode. Und bei dir war's eben noch... Das Buch und Fire-Word. Oder noch ein Small-Key für irgendwas. Oder noch ein Big-Key für das nächste. Und dann findest du ja noch irgendwie alles nacheinander. Also, es war... ... doch schon relativ knapp am Ende. Aber das... Man darf's gerne mal haben, ich wollte grad sagen. Man darf auch gerne mal das Glück haben. Ja. Ja, in Bonn sei das passiert, wenn die Schüler den Meister übertreffen, ne? Was das angeht. Wow. Oh no. So, und Saber beendet nämlich auch grad. Den Seed Gallen explodiert knapp neun Minuten nach Dragon Strike. Ja, sogar ziemlich genau neun Minuten. Ja. Gut, es sind 1,32,20 die offizielle Zeit. GGs auf jeden Fall an Saber. Und damit sind sie nicht ganz glatt. Aber auf die vierten Sekunden mehr oder weniger. Give or take. Auch sind Kohlen nicht mehr fett. GGs. Ja, da ist er schon. GGs selber. Grüße sie. G. G. Man vermisst wirklich den Delay, ne? Also gerade eben... Ich mein, ein paar Sekunden sind's eben von eurem Stream eben jetzt hier zu dem Restream immer. Aber... ... grad den Seed aus, jetzt dann direkt hier. Ja, das war das einzig Gute am Delay. Muss man doch mal kurz... Ja, im Nachhinein ist es großartig. Aber im Vorhinein ist es immer ganz schlimm. Wenn du dann sagst, ich mach den Stream an. Aber ich kann jetzt eben nochmal durch die Wohnung laufen und ich weiß nicht was tun. Und mal die Wand streichen oder so. Aber im Nachhinein ist es immer ganz nett. Aber wenn nicht, das ist auch nicht schlimm. Ja, Saver. Knapp neun Minuten. Hast du dir noch das Schwert abgeholt? Das war so ein bisschen ein Unterschied. Aber ich glaub, zeitlich gesehen... Ja, ich wollt grad sagen, ich glaub, da müsste aber mehr Zeit fehlen. Also ich hab grad schon geschrieben. Also irgendwo hab ich echt Zeit liegen gelassen. Äh, ich mein, klar, Turnrock ist mir so im Nachhinein eingefallen. Da hätte ich vielleicht vorher raus sollen. Aber hattest du wirklich so einen Hass auf dem Motto, dass du sogar noch einen sechsten Dungeon gemacht hast, unnötigerweise? Och, du Schande. Genau, da ist man schon mal Zeit liegen geblieben. Äh, okay, ich hab... What? Äh, ups, das ist mir irgendwie gar nicht aufgefallen. Schande. Okay, so kann man es natürlich auch, äh, sich schwer machen, gell? Du hattest tatsächlich ja eigentlich in der langen Zeit nur noch ne, ne, ne Lampen gebraucht für Go Mode, dass das im Endeffekt eher schade ist. Ja, Lampen oder Fire Rod, also der Fire Rod, den Ding... Äh, da musste ich... Beziehungsweise ich hatte... War mir ne Ziel... Ich hab echt... Ja, du hast... Ja, und du hast die Lampen in Spiral Cave liegen lassen. In Spiral Cave? Oh. Ja. Das war so der Gedanke war, okay, jetzt bist du in Turtle Rock, findest du einen Bombo, jetzt kannst du auch gleich Ice Palace dann Go moden, weil du wirst kurz über den Spiral Cave die Lampe abholen und sagst, okay, nur desert den Boss und dann anschließend mal durch Ice Palace nur mal Go moden. Äh, dann wär das tatsächlich extrem knapp geworden. Dann minus die Motte noch, dann hätten wir hier ein super spannendes Spiel gehabt. Aber so hast du Dragon Strike, vor allem mit dem Ice Palace, ich habe alles, was man so noch benötigte, weil Dragon hatte den Spiegel nie gehabt. Und, äh... Oh, okay. Hätte er vielleicht auch erstmal nicht so schnell geholt, man weiß es immer nie. Und von der Stelle war das dann eigentlich so ein, okay, Dragon hat jetzt hier ein Fire Rod, kann damit also dann auch, äh... Na gut, die Motte leider nicht machen, er hatte kein Key gehabt. Aber das Buch war dann der Öffner für, äh... Der sah noch direkt. Ja, gut, okay. Also... Ja, ich hab noch gedacht, denn... Ich hab noch nach dem Mayer-Team-Reich gehabt, oh, sehr cool, äh, Spiegel und dann... raus. Auch super, also, warum bist du da sofort raus? Ich mein... Äh, ich hab jetzt noch überlegt, die... Ja, die Chest rechts hab ich erst noch überlegt, dann hab ich gemerkt, oh, ich hab nur vier Herzen, hab vergessen, dass ich eine Potion hab, da war ich dann schon draus, wo ich's gemerkt hab. Egal, mit vier Herzen, da sterb ich genau grad so an der Kiste. Ich hab auf die Herzen nicht geachtet, okay, ja, alles klar. Und... Ja... Und Left-Wide wollt's auch nicht mehr spielen, weil wär zu anstrengend gewesen. Ja, gut, da hatte ich ja noch keinen... Ja, den Rest wollte ich... Wollte ich jetzt unbedingt mal. Der Name, Spiegel, der bringt mich genug weiter. Gut, nachdem der Hookshot auf dem Pilz natürlich war... Ja... Ja, gut, der Hookshot war auch noch ne Sache, also, Dragon hat den Hookshot relativ früh abgeholt und, äh, den Mountain gespielt, der war jetzt nicht so ergiebig, aber es gab so viele Keys nachher auch für Pot, also auch mit den Midstern später war Dragon ja relativ schnell wieder da gewesen. So viele, äh, Potkeys, Big Keys, Small Keys, da war der Hammer ja noch glücklich, dass er nur auf der rechten Seite lag hinter dem ersten. Ja, allerdings. Also, wenn der hinten gelegen hätte mit vier Keys, da hättest du schon ein Problem bekommen wahrscheinlich. Ja, ich war ja, direkt danach bin ich ja auf dem Berg und hab mir gedacht, na toll, jetzt finde ich drei Pot, Small Keys und den Big Key. Hätte der Hammer eben hinten gelegen und du hättest dann erst später den Mountain Dip mit dem, mit dem Hookshot gemacht, dann hättest du halt nochmal nach Pot, den ganzen Umweg laufen können. Also, das war so ein bisschen hin und her, äh, langfurcht, weil die Items teilweise mal ganz gut und glücklich, relativ früh. Und dann auf der anderen Seite wieder mal sehr spät und dann wieder besser was früher. Also, es war interessant zu verfolgen, war auch gar nicht so genau zu sehen, wer gewinnt und die neun Minuten, wie gesagt, erschließen sich mit zwei, drei Minuten die Motte, weil, warum auch nicht? Ja, gut, das war ja... Das Schmerz, was du wahrscheinlich auch ohne geschafft hättest. Ja, ich hab mal gedacht, ja, nicht so viel Herzen, weißt du, und dann, ähm... Voll okay, wir hatten diskutiert. Und dann hab ich gedacht, ach komm, das nimmst du noch schnell mit für GT. Im Nachhinein hab ich nur gedacht, hey, hast du auch vor der Motte holen können, wär die Motte vielleicht auch schön, wobei... Ja, guck, über die Motte, da redet man lieber nicht. Shit, ey. Das hab ich irgendwie echt vercheckt, dass ich schon, äh, so viele hatte. Ja, vor allem mit der Lampe eben, wär das auf jeden Fall nochmal irgendwie schneller gewesen. Hätten wir da den Ice Palace noch mal ein bisschen weniger gesehen. Ja, super nett. Ja, super. Aber das war halt auch lucky, ne? Hätte das Buch zum Beispiel nicht oft kurz, hätte Dragon vermutlich den Spiegel im Mai ein bisschen länger liegen lassen. Ja, die Checks wären wenig geworden, tatsächlich. Ja. Ich hatte nix mehr, also. Das müsste ja schon fast Mai gewesen sein danach. Aber, wie gesagt, es wär so oder so nochmal ein Minütchen, zwei bei Dragon nochmal ein Unterschied gewesen, und mit der Lampe hättest du die ein, zwei, drei Minütchen nochmal aufgeholt, und wir hätten ja ein sehr, sehr spannendes Finale gesehen, und so waren's eben ein paar Minuten Unterschied. Aber ich mein, es war trotzdem ein schönes Waze zum angucken. Beide komplett verschiedene Routen halt gelaufen, schon im Early Game, und das hat die Sache noch sehr unterhaltsam gemacht. Also, ich hab, ich hab so viele Sachen verpasst, zu beachten, weil da nicht nacheinander irgendwas abgelaufen seid, sondern weil immer war irgendeine Kiste gleichzeitig. Was war denn jetzt auf Bumper-Key? Bumper-Bumper-Ledge? Ich weiß es nicht. Wo war's währenddessen bei Stumpy? Und das ging den ganzen Seat so. Also, es waren überall zwei Checks parallel zum Gucken, und deshalb super, super spannend zum Kommentieren, super spannend zum Zugucken. Vielen Dank an euch beide da auf jeden Fall für das Waze. Ja, aber trotzdem, also besonders der Mid-Game, super spannend. Der eine hat das gesucht, du hast relativ lang deinen Hookshot. Also, es ist auch immer so ein bisschen hin und her, und wer findet was zuerst, und ja, Dragon war dann halt am Ende wirklich lucky in Eis, ne? Ja. Naja, gehört dazu. Ich mein, äh, es läuft mal so, mal so. Alles. Ja. Hab's auch so Spaß. Wer hat eingangs schon gesagt gehabt, wenn jetzt der GT Big Key auf der Motte selbst gelegen und er hat den Small Key nicht gehabt, weil da irgendwo noch einer lag, wo keiner mehr weiß, wo er war, neben den aus Pyramid Fairy, dann wär das auch nochmal ein ganz anderer Timeless geworden an der Stelle. Also, von daher, es war wirklich, äh, da hatte ich kurz in Eis gezögert, weil ich mir nicht sicher war, hab ich genug Keys, äh, um noch zur Motte zu kommen, auch wenn das ja, wie gesagt, aber, deswegen war ich da kurz, hab dann die eine Kiste aufgemacht und gedacht, hä, Alter, hast doch genug, was machst du denn? Ähm, ja, also ich hab eigentlich, ich hatte jetzt eigentlich, ich war dann doch etwas überrascht, als ich gesehen hab, äh, okay, Dragon ist fertig, wow, das war jetzt früher, als ich erwartet hab, aber, ja. Ja, aber selber, das heißt, wir beide haben ein Date, ne? Echt? Ja? Ja, wir beide. Genau, das war jetzt hier noch das Upper Bracket, also die ungeschlagenen Leute noch in dem Turnier aktuell in Runde 2. Das heißt also, ein Fehltritt sei verziehen, oder kommt auch gerne mal vor, ich meine, wir spielen ja Mystery Sealed, da kann immer alles passieren, und, äh, genau, am Lower Bracket, Runde 2, hat sich Tale bereits gestern durchgesetzt, und, äh, das Spiel ist also schon mal jetzt als nächstes in der Mache. Also, das heißt, du willst, du willst, also irgendwas mit Expert wird drankommen. Ich wollt grad sagen, wie war das Expert Expert Swordless, gell, aber das ist kein, das will ich auch nicht, also. Aber ich hab dann gestern nochmal Expert bekommen, also alles, das hab ich gesehen. Ist okay. Expert for everyone. Ne, ähm, möchtet ihr noch was sagen? Gibt's noch etwas, ich würde die Worte noch an euch noch kurz, äh, einmal überleiten? Ja, natürlich, vielen herzlichen Dank fürs Restream, äh, danke fürs Kommentieren, äh, fürs Tracken, ähm, hat wie immer Spaß gemacht. Ich, äh, äh, so wie es sich sein wird, hattet ihr auch echt Spaß, das freut mich. Es war wirklich spannend, es hat sehr viel Spaß gemacht. Und, ja, dann schauen wir zur nächsten Runde. Ja, danke an euch beide fürs Kommentieren, danke an's Tricken. GG Saver, good luck gegen Tale. Dass sie nicht von einem Expert Seater kommt, Kappa. Hahaha. Ja, die hat ja auch viel Glück in deinem nächsten Race, natürlich. Ja. Ah, es geht so schnell in Mini-Turnieren. Man, es ist immer so schön bei drei Spielen, da sagt man immer so, ja, komm, wir haben ja noch ein oder zwei. Es geht halt immer so schön schnell vorbei. Ihr könnt euch im Final nochmal treffen, so wär's ja nicht, also. Ist immer ganz angenehm. Okay, dann kann man ja auch schon mal sagen, Roti, vielen Dank dir fürs Tracken, auch wenn man dich immer nur stumm im Hintergrund hört. Meldet euch an für das Race in einer Stunde. Please. Genau, wir haben heute Abend noch ein Spiel, und zwar um demnächst. 21? Ja. Kato gegen Schulzer. Da suchen wir auf jeden Fall noch ein paar Kommentatoren, die lustig sind. Vielleicht noch jemand anderes, der tracken möchte, vielleicht neben dem Roti. Alle Sachen dazu im Discord, wer das mal ausprobieren möchte oder nicht. Wir sind verzweifelt, wir nehmen jeden. Sind wir einfach mal ehrlich. Und probiert's aus. Ihr kriegt immer einen an der Seite, der es schon mal gemacht hat. Und, äh, eine ganz lustige Sache. Bisschen Erfahrung ist vielleicht vorgesetzt. Alle Infos zum Turnier. Hat Gamebanker gerade mit dem Mini-Gedöns nochmal. Ach, da steht der Hottetscode mittlerweile drauf. Sehr schick. Äh, alles auch mal dabei, wie das Turnier ausgebaut ist. Geht relativ fix, wie gesagt. Schnelles Turnier, kleines Turnier. Sind in drei Wochen schon durch, spätestens. Und dann würde ich sagen, danke Tade, dass du noch die Zeit hattest, bevor du gleich los musst. Und würde dann sagen, ich wünsche euch schon mal einen schönen Abend. Bis um 21 Uhr. Ja, bis dann. Tschüss. Gerne, Teto. Ich kommentiere auch gerne mit dir. Super, Tade. Vielen Dank. Ja, nein, natürlich kommentiert gerne mit dir. Du hast aber schon alles gesagt. Du hast doch schon alles gesagt. Tade fühl ich nicht gedenkt. So, wir machen jetzt hier Feierabend. Tschüss. Bis gleich. Tschüss. 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 Tschüss.